neuntes kapitel Was dem berühmten Don Quixote in dem Schwarzen Gebirge begegnete, eines der wundersamsten Abenteuer, die in dieser wahrhaften Geschichte vorgetragen werden Wie sich nun Don Quixote so schlimm zugerichtet sah, sagte er zu seinem Stallmeister Immer Sancho habe ich sagen hören, den nichtswürdigen Gutes erzeigen, heiße Wasser ins Meer tragen Hätte ich deinen Worten geglaubt, so hätte ich freilich diesen Verdruß nicht erfahren Aber da es nun geschehen ist, so sei die Geduld mein Trost und daß ich ins künftige Rat annehmen werde Ihr werdet gerade so Rat annehmen, antwortete Sancho, wie ich ein Türke bin Da ihr aber doch sprecht, daß ihr dieses Unglück nicht erfahren, wenn ihr mir geglaubt hättet So glaubt mir nur jetzt, damit ihr nicht ein anderes, noch größeres Unglück erlebt Denn ihr müßt wissen, daß sich die Heilige Brüderschaft nichts um die Ritterschaft schert Denn sie gibt für alle irrenden Ritter zusammen noch keine zwei Dreier Und mir ist immer schon, als wenn uns ihre Spieße um die Ohren brummen Du bist eine geborene Memme, Sancho, sagte Don Quijote Damit du aber nicht sagen könntest, ich sei halsstarrig und befolge niemals deinen Rat Will ich dieses Mal tun, was du mir rätst Und dem Unheil, daß du fürchtest, aus dem Wege gehen Doch nur unter der einen Bedingung, daß du niemals so im Leben wie im Sterben jemand sagen dürftest Ich zöge mich aus Furcht vor der Gefahr, sondern nur dein Bitten zu gefallen zurück Gnädiger Herr, antwortete Sancho, sich zurückziehen ist ja nicht fliehen So wenig wie bleiben immer Verstand ist, wenn die Gefahr größer ist als die Hoffnung der Rettung Kluge Leute schonen sich heute für morgen Und setzen ihr ganzes Glück nicht an einem Tage Und wenn ich gleich nur ein gemeiner Mann und Bauer bin So habe ich doch jederzeit meine Ehre darin gesucht, mich verständig aufzuführen Darum laßt's euch nicht geräuen, meinen guten Rat anzunehmen Sondern steigt auf den Rocinante, wenn ihr könnt Wo nicht, so will ich euch helfen Und folgt mir nach Denn es schwant mir, daß wir die Beine nötiger als die Hände brauchen werden Don Quixote stieg auf, ohne irgendetwas zu antworten Sancho, auf seinem Esel sitzend, führte an Und so gelangten sie in einen Teil des Schwarzen Gebirges, dem sie sich nahe befunden Sancho hatte die Absicht, es ganz zu durchschneiden Und sich nach Bisol oder Almodovar del Campo zu begeben Und sich etliche Tage in diesen Berggegenden zu verstecken Damit sie von der Heiligen Brüderschaft nicht gefunden würden Den Mut dazu gab ihm, daß er gesehen hatte, wie sein Mundvorrat Der sich auf dem Esel befunden hatte, aus der Schlacht mit den Ruderknechten Gerettet war Etwas, das er für ein Wunderwerk hielt, da die Ruderknechte auf alles so heftige Jagd gemacht hatten Noch in dieser Nacht kam sie bis in die Mitte des Schwarzen Gebirges Und Sancho schlug vor, die Nacht und noch etliche nachfolgende Tage dort zuzubringen Wenigstens so lange, als ihre Speisekammer sie versorgte Und also machten sie ihr Nachtlager in einer Gegend zwischen zwei Felsen In denen sich viele Korkbäume befanden Aber das Fatum, welches nach der Meinung derer, die nicht vom Lichte der wahren Lehre erleuchtet sind Alles lenkt und nach seiner Weise regiert und vollführt Führte den Gines von Passamonte, diesen berühmten Schelm und Räuber Der durch Tugend und Tollheit des Don Quixote von der Kette erlöst war Und der ebenfalls aus Besorgnis vor der Heiligen Brüderschaft, die er mit großen Rechte fürchtete Auf den Einfall kam, sich in das Gebirge zu verstecken Diesen brachte sein Schicksal und seine Furcht an die nämliche Stelle Die sich Don Quixote und Sancho Panza erwählt hatten Er erkannte sie und traf sie, da sie eben einschlafen wollten Wie nun Bösewichter immer undankbar sind Die Not auch oft das Äußerste versucht Die gegenwärtige Hilfe auch der Zukünftigen vorgezogen wird So viel Gines, der weder dankbar noch von edler Gesinnung war Darauf, dem Sancho Panza seinen Esel zu stehlen Indem er auf den Rocinante keine Rücksicht nahm Den er für ein gänzlich wertloses Stück Sowohl zum Verpfänden als zum Verkaufen achtete Sancho Panza schlief, er stahl ihm sein Tierlein Und eh es noch tagte, war er schon so weit entfernt Dass er nicht wiedergefunden werden konnte Die Morgenröte ging auf, die Erde zu erfreuen Und Sancho Panza zu betrüben Denn er traf seinen Grauen nicht mehr an Wie er sich ohne ihn sah, begann er so heftig und laut Den allerkläglichsten Jammer Dass Don Quixote bei seinem Geschrei erwachte Und folgende Reden vernahm O du mein eingeborener Sohn Du in meinem väterlichen Hause erwachsen Du Kleinod meiner Kinder Trost meines Weibes Neid meiner Nachbarn Stütze meiner Arbeiten O du Ernährer meiner halben Person Denn du verdientest mir täglich Sechsundzwanzig Maravedis Und das war mein halbes Auskommen Da ihn Don Quixote so jammern hörte Und die Ursache erfuhr Suchte er Sancho mit den besten Trostgründen zu beruhigen Er bat ihn, sich in Geduld zu fassen Und versprach zugleich Ihm eine Verschreibung auszustellen Auf welche er drei von den fünf Eseln erhalten solle Die er zu Hause habe Hiermit gab sich Sancho zufrieden Und trocknete seine Tränen Unterdrückte sein Schluchzen Und sagte Don Quixote für die Wohltat Die er ihm erwiesen Herzlichen Dank Diesem, so wie er nur das Gebirge betreten hatte Jauchzte das Herz Denn diese Orte schienen ihm besonders für Abenteuer schicklich Wie er sie suchte Ihm fielen alle die wunderbaren Begebenheiten ein Die in der gleichen Einsamkeiten und wilden Gebirgen Den irrenden Rittern begegnet waren Hingerissen und vergeistert von diesen Vorstellungen Zog er fort, ohne an etwas weiteres zu denken Auch Sancho hatte keine andere Sorge Seitdem er glaubte, sich in einer sichern Gegend zu befinden Als seinem Magen mit den Esswaren gütlich zu tun Die ihm noch von der Beute der Geistlichen geblieben waren So folgte er seinem Herrn Mit alledem beladen, was der Graue hätte tragen sollen Aus dem Beutel heraus langend und in seinen Wanst hineinstopfend Wobei er für ein neues Abenteuer, solange er sich so befand Nicht einen Pfennig gegeben hätte Indem hob er die Augen auf Und bemerkte, wie sein Herr anhielt Bemüht, mit der Spitze seiner Lanze Einen Bündel aufzuheben, der auf der Erde lag Er machte sogleich Anstalt, ihm zu helfen, wenn es nötig wäre Und als er näher kam Hob jener mit der Lanzenspitze ein Reitkissen und einen Mantelsack auf Beide halb oder vielmehr ganz vermodert und zerrissen Sie waren aber von so großem Gewicht Dass Sancho absteigen musste, um sie aufzuheben Worauf ihm sein Herr befahl, nachzusehen, was sich im Mantelsacke befinde Sancho richtete dieses Gebot mit vieler Behändigkeit aus Und ob der Mantelsack gleich mit Kette und Schloss zugemacht war So konnte er doch durch die Löcher alles sehen, was er enthielt Nämlich vier Hemden von der feinsten Leinwand Noch anderes leinenes Gerät, sehr nett und sauber In einem Tuche fand er eine ziemliche Summe goldener Thaler Und sowie er diese erblickte, rief er aus Gelobt sei Gott, der uns endlich ein Abenteuer zubereitet, das was trägt Und sowie er weitersuchte, fand er ein kleines Taschenbuch mit reichen Verzierungen Dieses ließ sich Don Quixote reichen und befahl ihm, das Geld zu bewahren und für sich zu behalten Sancho küßte ihm für diese Güte die Hand Und indem er noch alle Wäsche aus dem Mantelsacke auspackte Stopfte er alles in den Beutel der Esswaren hinein Reitkissen und Mantelsack sind Eigentum eines Jünglings von vornehmer Geburt Mit Namen Cardenio, den Don Quixote bald darauf trifft Cardenio erzählt ihm im neunten und zehnten Kapitel seine Geschichte Seine Geliebte, die schöne Lucinde, ist mit List und Gewalt von Don Fernando Dem Sohn eines Herzogs Ricardo gezwungen worden, sich diesem zu vermählen Aus Gram und Zorn über den Verlust der Geliebten Irrt nun Cardenio, seines Verstandes halb beraubt, obdachlos im schwarzen Gebirge umher Leider hört Don Quixote die Geschichte nicht ganz Da er den bemitleidenswerten Cardenio, als dieser ein Ritterbuch erwähnt, unterbricht Worauf dieser den Faden seiner Erzählung verliert Und mit dem Ritter von der traurigen Gestalt und Sancho in einen Streit gerät Der mit Prügeln endet Cardenio entfernt sich dann Ende von Abschnitt 18 Abschnitt 19 von Don Quixote von La Mancha Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra Übersetzt von Ludwig Thieg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Elftes Kapitel Handelt von den wunderbaren Dingen, die dem tapfern Ritter von La Mancha im Schwarzen Gebirge begegneten Und wie er die Buße des Dunkelschön nachahmte Sie reisten langsam weiter und gelangten in die rauesten Gegenden des Gebirges Nachdem sie eine Strecke weit schweigend fortgezogen waren, sagte Sancho Herr Don Quixote Wahrlich, Sancho, antwortete Don Quixote, wüßtest du es so gut, wie ich es weiß, welch eine ehrenvolle und vorzügliche Dame diese Königin Madasima gewesen, gewiß würdest du finden, dass sich noch zu viele Geduld bewiesen. Indem ich den Rachen nicht sogleich zerschmetterte, der dergleichen Lästerungen ausstieß, denn eine Lästerung ist es, zu sagen, ja nur zu denken, dass eine Königin die Beischläferin eines Wundarztes sei. Das Wahre an der Sache ist, dass dieser Meister Elisabeth, von dem der Verrückte redete, ein sehr verständiger Mann und kluger Kopf war. Er diente der Königin zum Ratgeber und Arzt, aber zu vermeinen, dass sie seine Geliebte gewesen, ist eine Widersinnigkeit, die schwere Züchtigung verdient. Und damit du einsiehst, wie Cardenio nicht wußte, was er redete, musst du nur darauf merken, dass, als er dieses sagte, er schon ohne Verstand war. »Das sagte ich eben,« antwortete Sancho, »dass man auf die Reden des Verrückten nicht Acht geben müsse, denn hätte das Glück euch nicht beigestanden, sodass der Kieselstein euch nach dem Kopfe wie nach der Brust geflogen wäre, so befinden wir uns nun herrlich dafür, dass wir uns der Dame angenommen haben, die Gott verderben mag. Und, wie dann, Cardenio wurde als ein Verrückter nicht einmal gestraft.« Gegen Gescheite und gegen Verrückte ist jedweder irrender Ritter gezwungen, sich für die Ehre der Frauen, welche es auch sein, einzustellen, wie vielmehr für Königinnen von so hohem Stande, und gar für die Königin Madassima, die ich wegen ihrer guten Eigenschaften ganz vorzüglich liebe, denn außer, dass sie über alle Maßen schön war, war sie auch sehr vorsichtig, und in allen Leiden, deren sie viele erlebte, außerordentlich geduldig. Und eben der Rat und die Gesellschaft des Meister Elisabeth waren ihr von großem Nutzen und halfen ihr, alles Unglück mit Klugheit und Gelassenheit ertragen. Und hieraus nahm der unwissende und schlecht denkende Pöbel Gelegenheit, zu denken und zu sagen, dass sie eine Beischläferin gewesen. Aber sie lügen, sag ich abermals, und lügen tausendmal, alle diejenigen, die es denken oder sagen. »Ich denk's nicht, ich sag's nicht«, antwortete Sancho. »Sie mögen's selber ausmachen, jeder wische seine eigene Nase. Haben sie beieinander geschlafen oder nicht, Gott mag's wissen. Jeder fege vor seiner Tür, ich bekümmere mich um nichts. Es ist nicht meine Sache, fremde Eier zu bekritteln. Wer einkauft und lügt, es auf seine Rechnung kriegt. Und, nicht wahr, nackt bin ich auf die Welt gekommen, nackt geh ich wieder fort. Mir kann's nichts eintragen. Mag's jeder treiben, wie er will, was kümmert's mich? So mancher geht nach Wolle und kommt geschoren nach Hause. Wie kann man ein freies Feld durch Tore verschließen? Wird nicht sogar der Eiland gelästert? »In Gottes Namen, halt«, rief Don Quirote. »Welche Tollheiten, Sancho, stopfst du da ineinander? Was haben deine Sprichwörter mit unserer Materie zu tun? Bei deinem Leben, Sancho, schweig und lass dich über das unbekümmert, was dich nichts angeht. Begreife überdies mit allen deinen fünf Sinnen, dass alles, was ich getan habe, tue und tun werde, durchaus und in allen Stücken den Gesetzen der Ritterschaft gemäß ist, die ich besser innehabe, als alle die Ritter, die sich nur jemals zu ihnen bekannten.« »Gnädiger Herr«, antwortete Sancho, »ist denn das auch eins von den herrlichen Rittergesetzen, dass wir hier ohne Weg und Steg wie die Unsinnigen in den Bergen umherziehen, um einen Verrückten aufzusuchen, der, wenn wir ihn nun finden, vielleicht darauf fällt, mit dem, was er angefangen hat, den Garaus zu machen? Ich meine nicht mit seiner Geschichte, sondern mit eurem Kopf und meinen Rippen, die er dann wohl ganz in Stücke brechen wird.« »Schweig«, »sag ich dir aber mal«, rief Don Quixote, »wisse, dass ich nicht bloß aus Begier, den Verrückten zu finden, durch diese Berge schweife, sondern ich will hier vielmehr eine Tathandlung unternehmen, wodurch ich mir ewigen Namen und Ruhm auf dem ganzen Umkreise der entdeckten Erde zu erwerben gedenke. »Diese soll so beschaffen sein, dass ich dadurch allem, was einen irrenden Ritter vollkommen und berühmt machen kann, die Krone aufsetzen will.« »Und ist sie sehr gefährlich, diese Tathandlung?«, fragte Sancho Panther. »Nein«, erwiderte der von der traurigen Gestalt, »vorausgesetzt, dass der Würfel so falle, um die besten Karten zum Stich zu behalten. Aber alles beruht auf deiner Betriebsamkeit.« »Auf meiner Betriebsamkeit?«, fragte Sancho. »Ja«, sagte Don Quixote, »denn kehrst du bald von dort zurück, wohin ich dich schicken will, so wird sich auch bald meine Qual endigen und sofort meine Glorie zu leuchten anfangen.« Und damit du nicht länger in Erwartungen bleiben und sinnen mögtest, worauf meine Reden hinauswollen, so wisse Sancho, dass Amadis von Gallia einer der vollkommensten irrenden Ritter war. Ein Ding aber, in welchem dieser Ritter vorzüglich seine Klugheit, seine Würde, sein Dulden, seine Standhaftigkeit und Liebe bewies, war, wie er sich entfernte, von der Dame Oriana verschmäht, um auf dem Felsen Armut Buße zu tun, als er seinen Namen in Dunkelschön veränderte. Ein wahrlich bedeutender Name, der sich zu der Lebensweise schickte, die er sich vorgesetzt hatte. »Es ist mir nun viel leichter, ihm hierin nachzuahmen, als darin, dass ich Riesen zerspalte, Drachenköpfe, Schlangen erdrossle, Armeen vernichte, Flotten aufreibe und Bezauberungen löse. Da nun diese Örter sich so gut zu dergleichen Vornehmen schicken, so will ich auch diese Gelegenheit nicht aus den Händen lassen, die mir jetzt mit so großer Bequemlichkeit ihr Stirnhaar anbietet.« »Und kurz«, sagte Sancho, »was wollt ihr denn nun hier in der Einsamkeit tun?« »Es ist dir ja schon gesagt«, antwortete Don Quixote, »daß ich dem Amadis nachahmen will, einen verzweifelten, törichten und wütenden vorstellen, um zugleich den gewaltigen Don Roldan in die Nachahmung zu ziehen, als er an einer Quelle die Zeichen fand, daß Angelika, die Schöne, mit dem Medor eine Schändlichkeit begangen habe, worüber er aus Verdruss rasend würde, Bäume ausriss, die Gewässer der klaren Quellen trübte, Hirten erschlug, Herden zerriss, die Hürden verbrannte, die Häuser niederriss, das Vieh gebunden mit sich führte und tausend andere Tollheiten beging, die eines ewigen Andenkens in Büchern würdig sind. Will ich aber den Roldan, Orlando oder Rotolando, denn er führt alle drei Namen, nicht in allen seinen Rasereien nachahmen, so nehme ich mir doch vor, so gut ich kann, eine Auswahl unter denen, die mir die vorzüglichsten scheinen, zu veranstalten. Vielleicht begnüge ich mich aber auch in der Nachahmung des Amadis, der keine schändlichen Rasereien beging, sondern sich mit Weinen und Klagen zufriedenstellte und dennoch den allerschönsten Ruhm errang. »Es scheint doch,« sagte Sancho, »dass die Ritter, die sowas taten, dazu gereizt wurden und eine Ursache hatten, diese Narrheit und Buße zu machen. Aber was hat euer Gnaden für Ursache, Rasen zu werden? Welche Dame hat euch verschmäht? Oder was für Zeichen habt ihr gefunden, um zu wissen, dass die Dame Dulcinea von Toboso mit einem Mohren oder Christen Narrenposten getrieben habe?« »Da, da liegt's eben«, antwortete Don Quixote. »Und das ist gerade die Blume meiner Unternehmung, denn daß ein irrender Ritter aus Gründen rasend wird, das ist weder etwas Besonderes noch Anmutiges, die Feinheit ist, ohne alle Ursache unsinnig zu werden, um dadurch meiner Dame zu verstehen zu geben, daß, wenn das von mir am grünen Holze geschieht, was ich wohl erst als dürres tun möchte.« »Vollends, da ich hinlänglich Ursache in der langen Abwesenheit von meiner ewig geliebten Dulcinea von Toboso finde.« »Also, Freund Sancho, verdirbt nicht die Zeit damit, mir eine so edle, glückliche und nie erhöhte Nachahmung ausreden zu wollen.« »Unsinnig bin ich, und unsinnig will ich bleiben, bis du mir die Antwort auf einen Brief bringst, mit dem ich dich an meine Dulcinea senden will.« »Ist die Antwort von der Art, wie sie meine Treue verdient, so ist meine Narrheit und meine Buße zu Ende. Erfolgt das Gegenteil, so werde ich im Ernste unsinnig.« »Du magst also eine Antwort zurückbringen, von welcher Art sie auch sei. So werde ich auf jeden Fall aus dem Kampfe und den Leiden erlöst, in denen du mich verläßt, so daß ich gescheit mich des Glückes freue, welches du mir bringst, oder unsinnig das Unglück nicht empfinde, das du mit dir führst.« »Aber sage mir, Sancho, verwarst du auch den Helm Mambrins sorgfältig?« »Ich sah, wie du ihn vom Boden aufhobst, als ihn jener Undankbare zerschmettern wollte, und es ihm nicht gelang, woraus man eben die Trefflichkeit seines Metalls ermessen kann.« Auf dieses antwortete Sancho, »Bei Gott, Herr Ritter von der traurigen Gestalt, alles kann ich nicht ausstehen und in Geduld anhören, was ihr sagt, und dadurch komme ich manchmal auf den Gedanken, daß alles, was ihr mir von Ritterschaft vorsprecht, und von Königreiche und Kaisertümer gewinnen und Inseln verschenken und andere Gnaden und Herrlichkeiten auszuteilen, wie es die irrenen Ritter in der Art haben sollen, daß alles nur Windbeutelei und Lügen sind, und alles nur Luftklöße oder Luftschlösser, wie es heißen mag. Denn wenn ich euch sagen höre, daß ein Barbierbecken ein Helm Mambrins sei, und daß ihr länger als vier Tage in diesem Irrtum beharrt, was soll ich wohl anders denken, als daß dem, der so etwas glaubt und behauptet, im Kopfe etwas losgegangen ist. »Das Becken, das voller Beulen ist, habe ich im Beutel hier. Bei mir zu Hause will ich's mir zurecht machen lassen und mich darin barbieren, wenn Gott mir so gnädig ist, daß ich noch einmal meine Frau und Kinder wiedersehe.« »Wahrlich, Sancho, bei demselben Gotte, bei dem du vorher geschworen hast,« antwortete Don Quixote, »du hast den allerdümmsten Verstand, den nur jemals noch ein Stallmeister in der ganzen Welt hat oder gehabt hat.« Wie ist es möglich, daß du, der du schon so lange in meiner Gesellschaft bist, nicht einsiehst, wie alles, was die irrenen Ritter angeht, nur wie Hirngespinst, Narreheit und Unsinn aussieht, und alles verkehrt und wunderlich scheint, nicht deswegen, weil es sich also befindet, sondern weil immer ein ganzes Regiment von Zauberern hinter uns herläuft, die alle unsere Dinge verändern und verwandeln und sie nach ihrem Gefallen auswechseln. »Je nachdem sie uns beschützen oder verfolgen, und so scheint, was dir wie ein Barbierbecken aussieht, mir der Helm am Prinz, und ein anderer wird es wieder für etwas anderes ansehen.« Auch war es eine herrliche Vorsicht des Weisen, der auf meiner Seite ist, es so einzurichten, daß allen das ein Barbierbecken scheint, was doch wahrhaftig und in der Tat der Helm am Prinz ist. »Denn da er von so unermesslichem Werte ist, würde mich die ganze Welt verfolgen, um ihn nur zu besitzen. Da sie ihn aber nur für ein Barbierbecken ansehen, kümmern sie sich nicht sonderlich darum, wie es sich auch bei jenem auswies, der ihn zerbrechen wollte und ihn dann mit Verachtung auf dem Boden liegen ließ, wo er ihn wahrlich nicht um alle Welt gelassen hätte, wenn er seine Preislichkeit gekannt.« »Hebe ihn gut auf, Freund Sancho, denn jetzt brauche ich ihn nicht, sondern ich will im Gegenteile alle diese Waffenstücke ablegen, damit ich so nackt sei, wie ich von Mutterlei bekam, wenn es mir einfällt, in meiner Buße mehr dem Roldan als dem Amadis nachzuahmen.« Unter diesen Gesprächen waren sie an den Fuß eines hohen Felsen gelangt, der unter vielen Umgebenden wie eine einzelne abgeschnittene Klippe dastand. An seinem Saume floss ein sanfter Bach vorüber und bewässerte in seinen Krümmungen eine grüne und angenehme Wiese, die dem Auge einen sehr erfreulichen Anblick darbot. Viele Waldbäume standen umher, auch häufige Pflanzen und Blumen machten die Gegend sehr anmutig. Diesen Platz erwählte sich der Ritter von der traurigen Gestalt, um seine Buße zu vollbringen, und so wie er angelangt war, rief er mit lauter Stimme, als ob er schon unsinnig wäre. Dieses, o ihr Himmel, ist der Ort, den ich mir absondere und erwähle, um hier das Unglück zu beweinen, welches ihr selbst über mich verhängt habt. Dieses hier ist der Platz, wo die Tränen meiner Augen die Wellen dieses kleinen Bächleins anschwellen sollen. Hier sollen meine immerwährenden tiefen Seufzer immerwährend das Laub dieser Bergbäume bewegen, als Zeichen und Beweise der Qual, die mein tief zerschnittenes Herz erleidet. O ihr, wo ihr auch sein mögt, ländliche Gottheiten, die ihr in dieser unbewohnbaren Gegend euren Aufenthalt habt, o hört die Klagen des Unglücklich Liebenden, den schwere Trennung und eingebildeter Argwohn hierher geführt haben, in dieser Wildnis zu jammern und über die Härtigkeit jener schönen Undankbaren zu klagen, jener Krone und Vollendung aller menschlichen Schönheit. O Dulcinea von Tobosso, du Tag meiner Nacht, Glanz meiner Trübsale, Kompass meines Weges, Stern meines Glücks, möge dir der Himmel so gut es bescheren, als du nur selber wünschen kannst, nur erwäge den Zustand und die Wildnis, zu der mich die Trennung von dir geführt hat. O erwidere mir mit Güte, wie es meine Treue wohl verdient. O ihr einsamen Bäume, ihr zukünftigen Gesellschafter meiner Abgeschiedenheit, gebt mir mit dem sanften Rauschen eurer Zweige ein Zeichen, das euch meine Gegenwart nicht lästig hält. O du, mein Stallmeister, liebwerter Gefährte im Glück und Unglück, fasse nunmehr wohl in dein Gedächtnis auf, was du mich wirst verrichten sehen, damit du es jener wieder sagen und erzählen kannst, die die einzige Ursache meines ganzen Beginnens ist. Und so wie er dieses sagte, stieg er vom Rothinante herunter, nahm ihm augenblicklich Zaum und Sattel ab, gab ihm mit der flachen Hand einen Schlag auf den Rücken und sagte, »Die Freiheit gibt dir der, der ohne Freiheit ist, o du Ross, so wunderbar in deinen Taten wie unglücklich in deinem Schicksale. Wandel, wohin du willst, denn dir steht es auf der Stirne geschrieben, dass weder der Hypogryph des Astoll vor dir an Flüchtigkeit gleichkommt, noch der bekannte Frontin, der den Bradamante so teuer zu stehen kam.« Wie Sancho dies sah, sagte er, »Der sei verdammt, der uns der Mühe überhoben hat, dem Grauen den Sattel abzunehmen, sonst sollte es wahrhaftig so wenig fehlen, ihm einen Schlag mit der Hand zu geben, als Lobpreisungen herzusagen. Wäre er aber auch zugegen, so litte ich es doch nicht, dass man ihm den Sattel herunternehme. Ich wüsste auch nicht, warum, denn ihm gingen alle die Vorschriften von verliebt und verzweifelt nichts an, denn sein Herr war beides nicht, und der war ich, solange es Gott gefiel. Aber wahrhaftig, Herr Ritter von der traurigen Gestalt, wenn es mit meinem Abmarsch und euren Unsinnigkeiten ein Ernst werden soll, so wäre es wohl besser, da der Graue weg ist, den Rocinante dafür wieder aufzuzäumen, denn sonst möchte die Zeit meines Abreisens und Wiederkommens lange wehren, denn wenn ich den Weg zu Fuß mache, so weiß ich nicht, wann ich da sein oder wiederkommen möchte, denn ich bin, um es kurz zu machen, ein schlechter Wandersmann. »Ich sage dir, Sancho«, erwiderte Don Quijote, »richte es so ein, wie es dich gut dünkt, denn deine Absicht scheint mir nicht übel. Ich sage ferner, dass du in drei Tagen abreisen sollst, während welcher Zeit du das, was ich tue und rede, beobachten sollst, damit du darüber rede stehen kannst.« »Was soll ich noch weiter sehen?«, fragte Sancho, »als was ich schon gesehen habe.« »Sauber hast du dich verrechnet«, antwortete Don Quijote. »Ich habe noch gar nicht meine Kleider zerrissen, die Waffenstücke umhergestreut. Ich bin noch nicht gegen diese Felsen mit Kopfstößen angerannt, so wie ich noch viele andere Dinge gleicher Art unterlassen habe, worüber du dich verwundern wirst.« »Um Gottes Barmherzigkeit willen«, sagte Sancho, »sehe neuer Gnaden doch ja recht zu, wie ihr es mit diesen Kopfstößen treibt, denn gegen einen solchen Felsen anzurennen könnte so ablaufen, daß mit dem allerersten Kopfstoß die ganze schön ausgedachte Buße aus wäre. Ich wäre der Meinung, wenn ihr doch ja diese Kopfstöße für so nötig erachtet und daß das Werk ohne sie nicht vollführt werden könne, daß ihr euch damit begnügtet, denn alles ist ja doch nur erdichtet und ein nachgemachtes Ding zum Spaße, daß ihr euch damit begnügtet, sag ich, euch diese Stöße im Wasser zu geben, oder doch gegen ein Ding, das so weich wie Baumwolle ist. Und dann laßt es nur meine Sorge sein, wie ich der gnädigen Gebieterin sagen will, daß ihr euch die Stöße gegen eine Felsenkante gabt, die härter als der Diamant ist.« »Ich danke dir für deinen guten Willen, Freund Sancho«, antwortete Don Quijote. »Aber du mußt wissen, daß alle diese Dinge, die ich vornehme, kein Spaß sind, sondern bitterer Ernst, denn anders hieße das die Gesetze der Ritterschaft verletzen, die uns gebieten, niemals eine Lüge zu sagen, bei Strafe für einen Apostaten zu gelten. Denn ein Ding für das andere tun, ist um nichts besser als Lügen. Darum also müssen meine Kopfstöße wahrhaftige, herzhafte und tüchtige sein und nichts Sophistisches und Erdichtetes in sich führen. Es wird deshalb auch nötig sein, daß du mir etwas scharpier zum Verbinden zurücklässt, denn das Schicksal wollte, daß uns der Balsam entging, den wir verloren.« »Schlimmer war's, den Esel zu verlieren«, antwortete Sancho, »denn mit dem ist Scharpier und alles verloren.« »Ich wollte Euch auch wohl gebeten haben, daß Ihr mich nicht mehr an das vermaledeitige Sœuf erinnert, denn wenn ich es nur nennen höre, kehrt sich mir die ganze Seele um, um wie viel mehr der Magen.« »Und außerdem bitte ich Euch, daß Ihr Euch vorstellt, die drei Tage wären nun schon vorbei, in denen ich die Unsinnigkeiten, die Ihr begeht, ansehen sollte, denn ich nehme sie mit allem Danke für gesehen und genossen an und will der gnädigen Wunderdinge davon erzählen. Schreibt mir nur den Brief und fertig mich geschwind ab, denn ich habe ein gar zu großes Verlangen, Euch recht bald aus dem Fegefeuer zu erlösen, worin Ihr hier bleibt.« »Du nennst es Fegefeuer, Sancho«, sagte Don Quixote. »Richtiger würdest Du es eine Hölle nennen, oder noch etwas Schlimmeres, wenn es etwas Schlimmeres gibt.« »Wen die Hölle hat«, antwortete Sancho, »Nulla est Retentio, wie ich gehört habe.« »Ich verstehe nicht, was Du mit Retentio meinst«, sagte Don Quixote. »Retentio ist so viel«, erwiderte Sancho, »daß wer einmal in der Hölle ist, niemals wieder herauskommen kann. Das wird aber mit Euer Gnaden nicht so sein. Oder ich müsste kein Bein mehr haben, um den Trocinante anzuspornen. Und bin ich nur erst in Toboso und stehe vor meiner gnädigen Dulcinea, so will ich Ihr schon so viel von den Narrheiten und Unsinnigkeiten, und das ist doch eins, erzählen, die Ihr vornehmt und noch vornehmen wollt, dass sie geschmeidiger als ein Handschuh werden soll. Wäre sie auch härter als ein Archenbaum.« Mit ihrer zärtlichen, honigsüßen Antwort komme ich dann durch die Luft wie ein Hexenmeister zurück und nehme Euch aus dem Fegefeuer, das Euch wie eine Hölle vorkommt, es aber nicht ist. Denn Ihr habt die Hoffnung herauszukommen, was aber, wie ich schon gesagt habe, die niemals hoffen dürfen, die sich in der Hölle aufhalten, und darin werdet Ihr mir gewiß Recht geben. »Du sprichst die Wahrheit«, sagte der von der traurigen Gestalt. »Aber wie werden wir es anfangen, um den Brief zu schreiben?« »Und auch die Eselsverschreibung«, fügte Sancho hinzu. »Wir müssen alles«, sagte Don Quixote, »und der Gedanke ist passend, da wir kein Papier haben, auf den Blättern der Bäume schreiben, wie es die alten taten, oder auf etliche Wachstafeln, obgleich diese wohl jetzt ebenso schwer zu erhalten sein dürften als Papier. Ich denke aber eben daran, wie ich es am schicklichsten schreiben kann, nämlich in dem Taschenbuche, das dem Cardenio gehörte. Du wirst als dann Sorge tragen, es auf Papier abschreiben zu lassen, und zwar deutlich, im ersten Orte, wo Du auch einen Knabenschulmeister oder wenigstens einen Küster antriffst, die es abschreiben können. »Gib es aber ja nicht einem Schreiber hin, der sich mit Prozesssachen abgibt, sonst würde es der Satan selber nicht verstehen.« »Wie wird es aber mit der Unterschrift?«, fragte Sancho. »Niemals hat Amadie seine Briefe unterschrieben«, antwortete Don Quixote. »Ganz gut«, antwortete Sancho, »aber die Verschreibung muss mit aller Gewalt eine Unterschrift haben, und wenn ich die nun abschreiben lasse, so werden sie sagen, die Unterschrift wäre falsch, und mir die jungen Esel nicht ausliefern.« »Die Verschreibung will ich hier im Taschenbuche selbst unterzeichnen, und wenn meine Nichte dies sieht, wird sie in Ansehung der Auslieferung keine Schwierigkeiten machen.« »Was aber den Liebesbrief betrifft, so darfst Du nur so viel zur Unterschrift setzen. Der Eurige bis in den Tod, der Ritter von der traurigen Gestalt.« »Es wird auch wenig zur Sache tun, dass dieses von einer fremden Hand sei, denn so viel ich weiß, kann Dulcinea weder lesen noch schreiben, hat auch Zeit ihres Lebens keinen Brief oder Buchstaben von mir gesehen, denn meine und ihre Liebe blieb immer platonisch, ohne sich weiter als bis auf ein anständiges Anblicken zu erstrecken. Und auch das nur zuweilen, denn ich könnte mit Wahrheit schwören, dass ich in den zwölf Jahren, seit ich sie mehr als das Licht dieser Augen liebe, nicht viermal gesehen habe. Und es kann überdies wohl sein, dass sie es in diesen vier Malen kein einziges Mal gesehen hat, wie ich sie beschaute. So genau und eingezogen haben sie ihre Eltern Lorenzo Corchuelo und Aldonzo Nogales erzogen. »Sida, sida«, sagte Sancho, »die Tochter des Lorenzo Corchuelo ist also die Gebieterin Dulcinea von Toboso mit einem anderen Namen Aldonzo Lorenzo getauft?« »Sie ist es«, sagte Don Quixote, »sie ist dieselbe, die es verdient, Gebieterin des Universums zu sein.« »Ich kenne sie recht gut«, sagte Sancho, »und wahrhaftig, sie hebt euch einen Sack auf wie der stärkste Großknecht im ganzen Dorfe. So wahr Gott lebt, das ist ein ganzes Mensch, so wie sie nur sein muss. Haare auf den Zähnen, die zieht euch den besten irrenen Ritter aus dem Drecke, das einem das Herz im Leibe lacht. Oh, du Hurenkind, wie ist sie so rasch und stark, und was hat sie für eine Stimme?« »Sie war einmal oben im Dorfe auf dem Kirchturm, und rief von da etlichen Knechten ihres Vaters im Brachfelde, wohl eine halbe Meile davon, und die hörten es, als hätten sie unten am Turme gestanden. Und was das Beste an ihr ist, so ist sie gar nicht zimperlich, nein, sie ist etwas frei und zutätig, sie ist lustig mit allen, und über alles hat sie ihren Spaß und ihr Gelächter. »Nun sage ich auch, Herr Ritter, von der traurigen Gestalt, dass ihr für diese nicht nur eure Unsinnigkeiten vornehmen könnt, sondern ihr mögt auch wohl mit vollem Rechte desperat werden, ja euch aufhängen, und jeder, der es erfährt, wird gewiss meinen, dass ihr nicht zu viel leidet, wenn euch auch der Teufel gar holen sollte. Ich wünschte nur, dass ich schon auf dem Wege wäre, bloß um sie zu sehen, denn ich habe sie sehr lange nicht gesehen, und sie muss sich wohl sehr verändert haben, denn die Weiber verderben ihr Gesicht bald, wenn sie immer im Felde, in der Sonne und in der Luft umherlaufen müssen. Aber ich gestehe meinem gnädigen Herrn Don Quixote, dass ich bisher in einem tüchtigen Irrtume gelebt habe, denn ich meinte nicht anders, als die Dame Luthenäa sei irgendeine Prinzessin, in die ihr verliebt wäret, oder so eine Person, die die Reichen Präsente verdiente, die ihr ihr zugeschickt habt, wie den Biscaya und die Ruderknechte, nebst noch vielen anderen, denn ihr müsst doch wohl schon viele Siege in jener Zeit gewonnen und davon getragen haben, als ich noch nicht euer Stallmeister war. Aber im Ernst gesprochen, was sollen sie wohl bei der gnädigen Aldonzo Lorenzo, ich will sagen, gnädigen Dulcinea von Toboso, die Überwundenen, die euer Gnaden schickt und noch schicken wird, dass sie sich vor ihr auf die Knie hinschmeißen sollen? Denn es kann sich fügen, wenn die Gefangenen ankommen, dass sie gerade Flachs hechelt oder auf der Tenne drischt, so werden sich die ärgern, und sie wird wohl gar darüber spotten und sich über die Präsente lustig machen. »Ich habe es dir sonst oftmals gesagt, Sancho«, sagte Don Quixote, »dass du ein Schwätzer seist, und so dummköpfig du bist, willst du dich doch oft mit Spitzendigkeiten befassen.« »Freund Sancho, die Dulcinea von Toboso gilt mir so viel wie die höchste Prinzessin auf Erden. Ebenso machen es die Poeten, wenn sie eine Dame unter irgendeinem Namen vergöttern, den sie nach ihrer Willkür erdichten. »Meinst du, dass alle Amaryllis, Phyllis, die Sylvien, die Janen, Galateen, Alinen und so viele andere, von denen die Bücher, Romanzen, Barbierstuben und Schauspiele angefüllt sind, wirkliche Damen von Fleisch und Blut waren, und die wirklichen Geliebten von denen, die sie besungen? Nein, wahrhaftig nicht. Sondern die meisten erfinden sie nur, um einen Gegenstand für ihre Gedichte zu haben, und damit man sie für verliebt halte und für Leute, die imstande wären, es zu sein. Und darum ist es mir auch genug, wenn ich denke und glaube, dass die ehrliche Aldonso Lorenzo schön und tugendhaft sei. Die Abkunft tut wenig, denn sie wird niemals danach gefragt werden, um ein Stiftsfräulein abgeben zu können. Und so bilde ich mir meinerseits ein, dass sie die höchste Prinzessin auf Erden ist. Denn du musst wissen, Sancho, wenn du es nicht schon weißt, dass zwei Dinge von allen am meisten zur Liebe reizen, nämlich große Schönheit und guter Ruf. Und diese beiden Dinge finden sich aller vollkommenst bei Dulcinaire. Denn in der Schönheit kommt ihr niemand gleich. Und dem guten Rufe kommen ihr nur wenige nahe. Und um alles kürzlich zu beschließen, ich bilde mir ein, dass alles so ist, wie ich es sage, ohne dass weder links noch rechts etwas mangelt. In meiner Einbildung male ich sie mir so aus, wie ich sie wünsche, sowohl was Schönheit als hohe Tugend betrifft. Und so kommt ihr Helena nicht nahe. Und Lucrezia erreicht sie nicht. Noch irgendeine andere berühmte Frau der verflossenen Zeitalter, sei sie Griechisch, Barbarisch oder Lateinisch. Jeder mag hierauf antworten, was er Lust hat. Denn wenn mich auch deshalb die Einfältigen tadeln sollten, so werden mich doch die Strängen gewiß darum nicht schelten. »Ich sehe, gnädiger Herr, ihr habt vollkommen recht«, antwortete Sancho, »und ich bin ein Esel. Doch wie kommt mir nur dies Wort aus dem Munde? In dem Hause des Gehängten soll man ja nicht vom Stricke reden. »Aber schreibt nur den Brief. Lebt dann wohl, denn ich mache mich davon.« Don Quixote nahm das Buch, ging beiseite und schrieb mit vieler Ruhe den Brief nieder. Als er fertig war, rief er den Sancho herbei und sagte, dass er ihm den Brief vorlesen wolle, damit er ihn im Gedächtnisse behalte, wenn das Taschenbuch etwa auf der Reise verloren ginge, weil er von seinem Unglücke alles zu befürchten habe. Hierauf antwortete Sancho, »Schreibt es nur drei- oder viermal im Buche nieder und gebt es mir, denn ich will es wohl gut aufheben. Aber zu glauben, dass ich es im Gedächtnisse behalten könnte, ist die Unmöglichkeit selbst, denn mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich oft meinen eigenen Namen vergesse. Aber leset es mir doch vor, gnädiger Herr, und ich werde mich sehr darüber freuen, denn der Brief ist gewiß wie gegossen.« »Höre zu, denn also lautet er«, sagte Don Quixote. Don Quixotes Brief an Dulcinea von Toboso. »Monarchin, erhabene Herrscherin, der von der Trennung tief Verwundete, der von den Pfeilen zerrissenen Herzens, sendet dir, o süßeste Dulcinea von Toboso, das Wohl sei dir, welches ihm mangelt. Wenn deine Schönheit mich geringschätzt, wenn dein Adelsinn mir entgegen, wenn deine Verschmähung zu meiner bittern Qual gereicht, obgleich ich schon im Leiden geübt, so vermag ich doch nicht, in dieser Pein länger zu verharren, wie außer, dass sie schrecklich, auch zu immerwährend ist. Mein wackerer Stallmeister Sancho wird dir, o schöne undankbare, geliebte Feinden meiner, getreu erzählen, auf welche Weise ich aus Liebe zu dir zurückverbleibe. Gefällt es dir, mir beizustehen, so bin ich der Deinige. Wenn nicht, so tue, was zu deinem Gefallen gereicht, denn mein Leben beschließend habe ich alsdann so deiner Grausamkeit genug getan, wie meinem Wunsche. Der Deinige bis in den Tod, der Ritter von der traurigen Gestalt. »Bei meines Vaters armer Seele«, rief Sancho aus, als er diesen Brief gehört hatte, »das ist das erhabenste Ding, das mir nur jemals vorgekommen ist. Wahrhaftig, wie steht da alles zusammen, wie man es nur wünschen kann, und wie herrlich schraubt es sich endlich ein in die Unterschrift, der Ritter von der traurigen Gestalt. Mein Seel, ich sage doch immer, ihr seid der leibhaftige Teufel, es gibt gar nichts, was ihr nicht könntet.« »Alles«, antwortete Don Quixote, »ist in dem Amte, welches ich bekleide, vonnöten.« »Nun aber«, sagte Sancho, »schreib mir auch auf einem andern Blatte den Zettel wegen der drei Esels füllen und mach die Unterschrift klar und deutlich, damit sie jeder gleich kennt.« »Gern«, sagte Don Quixote, und nachdem er geschrieben hatte, las er ihm Folgendes vor. »Auf diesen, meinen Solarwechsel, auf Esel füllen, wird, meine liebe Nichte, dem Sancho Panza, meinem Stallmeister, drei von den Fünfen, die im Hause geblieben, überliefern, und bitte, sie in Rechnung zu stellen. Solche drei Füllen sollen ihm, als Zahlung für gleichmäßige Valuta, gereicht werden. Dies und seine Quittung hierüber werden alles berichtigen. Gegeben im Innern des Schwarzen Gebirges am 22. Augustus des jetzt laufenden Jahres.« »Es ist gut«, sagte Sancho, »unterschreib nur.« »Das Unterschreiben ist nicht nötig«, sagte Don Quixote, »sondern ich will nur meinen Namenszug hinzufügen, der gilt so viel als eine Unterschrift für die drei Esel, und selbst, wenn es 300 wären. »Ich verlasse mich auf euer Gnaden«, antwortete Sancho. »Nun gut, so wollen wir den Ruffinante satteln, und ihr erteilt mir euren Segen. Denn ich will nun gleich abreisen, ohne die Narrheiten weiterzusehen, die ihr angeben wollt, und ich will sagen, dass ich so viele gesehen habe, als nur mein Herz wünschen konnte.« »Ich wünsche wenigstens, Sancho, und nur weil es nötig ist, wünsche ich dieses, dass du mich nackt sehen mögest und nur ein oder zwei Dutzend Unsinnigkeiten vollführen, denn ich will sie in weniger als einer halben Stunde fertig haben. Hast du diese selbst mit Augen gesehen, so magst du auf alle übrigen schwören, die du noch hinzufügen willst, wobei ich versichere, dass du nicht so mannigfaltiges sollst erzählen können, als ich zu vollbringen mir vorgesetzt habe.« »Gottes Willen, liebster, gnädiger Herr, lasst mich euch nicht nackt sehen, denn das würde mich so betrübt machen, dass ich weinen müsste, und der Kopf ist mir schon von dem Weinen so schwer, was ich diese Nacht des Grauen halber getrieben habe, dass ich das Heulen nicht von neuem anfangen mag. Gefällt es euch aber, dass ich ihre etliche von euren Unsinnigkeiten sehe, so macht sie doch in den Kleidern, und zwar die ersten Besten, die euch in den Wurf kommen, denn für mich ist dergleichen eigentlich gar nicht nötig, denn, wie gesagt, es verspätet nur meine Zurückkunft, wo ich euch solche Nachrichten bringen werde, wie ihr sie wünscht und verdient. Geschieht's nicht, so nehme sich die Dame Duthyläa nur in Acht, denn wenn sie nicht antwortet, wie sich's gehört, so schwöre ich hoch und teuer, ich will ihr die schickliche Antwort mit Tritten und Maulschellen aus dem Magen herausholen, denn warum soll man's denn leiden, daß ein so berühmter, irrender Ritter wie ihr seid, um nichts und wieder nichts unsinnig wird für eine... Die gute Dame soll mich nur nicht ausreden lassen, denn behaft ich, wenn ich erst ins Sprechen komme, so ist es um sie getan. Ich bin dazu der rechte Kerl. Sie kennt mich nicht, aber mein Seel, wenn sie mich kennt, so mag sie mich zum Frühstück nehmen. Wahrlich, Sancho, sagte Don Quixote, dem Anschein nach bist du nicht gescheiter als ich. So unsinnig bin ich nicht, antwortete Sancho, aber hitzköpfiger, doch von etwas anderem, was werdet ihr denn unterdessen essen, bis ich wiederkomme? Wollt ihr, wie Cardenio, auf der Straße laune und die Hirten plündern? Sei deshalb unbesorgt, antwortete Don Quixote, denn hätte ich gleich andere Speise, so würde ich doch nichts als die Kräuter dieser Wiese und die Früchte essen, die mir diese Bäume reichen, denn das ist eben die Blume meiner Unternehmung, nicht zu essen und andere Kasteiungen auszuhalten. Hierauf, sagte Sancho, wisst ihr, gnädiger Herr, was ich fürchte? Dass ich den Platz nicht wiederfinde, wo ich euch jetzt verlasse, denn er ist gar zu abgelegen. Präge dir gut die Merkmale ein, denn ich will mich gewiß nicht aus dieser Gegend entfernen, sagte Don Quixote. Auch werde ich darauf denken, oft den Gipfel der allerhöchsten Felsen zu besteigen, um mich droben umzuschauen, ob du nicht wiederkommst. Das Beste und Sicherste aber wird sein, damit du nicht zweifelst und dich verirrst, dass du von dem hier häufigen Ginster etwas nimmst und es von Zeit zu Zeit ausstreust, bis du das offene Land gewinnst. Dies wird dir ebenso zum Wegweiser und Merkmale dienen, mich wiederzufinden, wie der Faden dem Theseus aus dem Labyrinthe half. Das soll geschehen, antwortete Sancho Panza. Er nahm Ginster, bat seinen Herrn um seinen Segen und unter häufigen Tränen von beiden Seiten nahm er Abschied von ihm. Er bestieg den Rocinante, den ihm Don Quixote fleißig empfahl, dass er für ihn sorgen möchte, als wenn er es selbst wäre, worauf sich Sancho auf den Weg nach dem flachen Lande machte, indem er von Zeit zu Zeit den Ginster ausstreute, wie es ihm sein Herr geraten hatte. So entfernte er sich, ob ihn gleich Don Quixote noch immer quälte, dass er bleiben möchte, um ihn etliche Torheiten machen zu sehen. Er hatte sich aber noch nicht hundert Schritte entfernt, als er wieder umkehrte und sagte, »Ihr habt doch recht gehabt, gnädiger Herr, dass ich euch muss Unsinnigkeiten anstellen sehen, damit ich mit gutem Gewissen schwören kann, und darum will ich euch um etliche bitten, ob das freilich wohl die Tollste ist, dass ich euch hier allein lasse.« »Habe ich dir nicht gesagt?« sagte Don Quixote. »Warte, mein Sancho, in einem Vaterunser ist es geschehen.« Mit großer Eile zog er hierauf die Beinkleider ab und blieb im Hemde, und mir nichts dir nichts schlug er zweimal Rat und warf sich zweimal über, den Kopf unten und die Beine in die Höhe, indem er Dinge zeigte, die, um sie nicht noch einmal zu sehen, den Sancho bewogen, den Raffinante umzuwenden, völlig zufrieden und hinlänglich vorbereitet, um schwören zu können, sein Herr sei unsinnig. Wir lassen ihn seine Straße ziehen, bis er wiederkommt, welches nicht lange dauern wird. Ende von Abschnitt 19 Abschnitt 20 von Don Quixote von La Mancha Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra Übersetzt von Ludwig Thieg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Zwölftes Kapitel Welches die Fortsetzung der Subtilitäten enthält, die Don Quixote als Verliebter im Schwarzen Gebirge unternahm Um auf das zurückzukommen, was der von der traurigen Gestalt vornahm, als er sich allein sah, so erzählt die Geschichte, dass, wie Don Quixote mit seinem Ratschlagen fertig war, von der Mitte bis unten nackt und seine obere Hälfte bekleidet, und er bemerkte, dass Sancho fortgeritten, ohne weiter nach seinen Narrheiten hinzuschauen, bestieg er den Gipfel eines hohen Felsens und überlegte noch einmal, was er schon oft überlegt hatte, ohne einen Entschluß fassen zu können, ob es nämlich besser und ihm geziemlicher sei, dem Roldan in seinen schädlichen oder den Amadis in seinen schwermütigen Unsinnigkeiten nachzuahmen. Endlich rief er, Es lebe Amadis. Ihm will Don Quixote von La Mancha nachahmen, so gut er es nur kann. Wenigstens soll man auch auf ihn den bekannten Ausspruch anwenden können, dass, wenn er große Taten nicht vollendete, er im Versuche starb. Und wenn ich auch nicht von meiner Dulcinea verworfen oder verachtet bin, so ist es, wie schon gesagt, genug von ihr entfernt zu sein. »Auf dann, die Hand ans Werk!« »Kommt in mein Gedächtnis, all ihr Handlungen des Amadis, und lehrt mich, wie ich den Anfang mache, euch nachzuahmen.« Doch ich erinnere mich, das Vorzüglichste, was er tat, war beten. Und dieses will ich auch tun. Er zog hierauf einige große Galläpfel von einer Eiche auf einen Faden, die ihn zum Rosenkranz dienen mußten. Was ihn aber sehr bekümmerte, war, daß er keinen Einsiedler auffinden konnte, dem er beichtete und mit dem er sich tröstete. Er mußte sich also damit unterhalten, auf der kleinen Wiese auf- und abzugehen, Verse in die Rinde der Bäume zu schneiden oder im Sande niederzuschreiben, die seine Traurigkeit besangen und andere zum Lobe Dulcineas waren. Hiermit, und daß er seufzte und die Faunen und Silvanen der Gebüsche dort anrief, die Nymphen der Flüsse und die trauernde klägliche Echo, wie sie ihm alle Antworten, Trost geben und zuhören möchten, unterhielt er sich. Auch suchte er Kräuter, um sich mit diesen so lange zu erhalten, bis Sancho wiederkäme. Wenn dieser so drei Wochen weggeblieben wäre, wie er drei Tage ausblieb, so wäre der Ritter von der traurigen Gestalt so ungestallt geworden, daß ihn seine leibliche Mutter selbst nicht wiedererkannt hätte. Wir wollen ihn jetzt unter seinen Seufzern und Fersen wandeln lassen, um zu erzählen, was dem Sancho Panza auf seiner Gesandtschaft begegnete. Als er auf die große Straße gelangt war, machte er sich auf den Weg nach Tobosso und gelangte am folgenden Tage bei der Schenke an, wo ihn das Mißglück der Prelle betroffen hatte. Er hatte die Schenke kaum erblickt, als es ihm auch schon so war, als wenn er wieder in den Lüften flöge, weshalb er auch nicht einkehren wollte, obgleich es eine Stunde war, in der er es wohl gekonnt und gesollt hätte, denn es war um die Mittagszeit, und er auch ein großes Verlangen spürte, etwas Warmes zu essen, weil er schon seit vielen Tagen nur kalte Küche genossen hatte. Dieser Hunger trieb ihn auch bis dicht an die Schenke hinan, aber doch blieb er noch ungewiß, sollte er einkehren oder nicht. Wie er noch in dieser Gemütsverfassung war, kamen zwei Leute aus der Schenke, die ihn sogleich kannten, und von denen der eine zum anderen sagte, »Herr Lizenziat, ist der auf dem Pferde da nicht Sancho Bantha?« von dem die Haushälterin unsers Abenteurers sagte, dass er mit seinem Herrn als Stallmeister fortgezogen sei. »Er ist es,« sagte der Lizenziat, »und eben das Pferd gehört auch unserem Don Quixote.« Diese Leute kannten ihn so gut, weil sie der Pfarrer und der Barbier aus seinem Dorfe waren, die nämlichen, die das Verhör und Gericht über die Bücher gehalten hatten. Wie diese nun den Sancho Bantha samt dem Rocinante erkannt hatten, begierig, von Don Quixote Neuigkeiten zu hören, liefen sie gleich zu ihm, und der Pfarrer rief ihn bei seinem Namen und sagte, »Freund Sancho, wo bleibt denn euer Herr?«, Sancho Bantha kannte sie auch gleich und nahm sich vor, den Ort nicht zu verraten, an welchem sein Herr und in welcher Absicht er zurückgeblieben war. Er antwortete also, sein Herr sei in voller Arbeit an einer gewissen Stelle und in einer gewissen Sache zurückgeblieben, die erstaunlich wichtig sei, die er aber nicht verraten dürfe, so lieb ihm die Augen im Kopf wären. »Nein, nein«, sagte der Barbier, »Wenn ihr uns, Sancho Pantha, nicht sagt, wo er geblieben ist, so werden wir glauben, wie wir es schon glauben, daß ihr ihn umgebracht und geplündert habt, denn ihr reitet auf seinem Pferde. Wahrhaftig, ihr müßt uns den Herrn des Gaules schaffen, oder es ergeht euch übel. Ihr braucht mir nicht so zu drohen, denn ich bin ein Mann, der keinen plündert und umbringt. Jeden bringt sein Schicksal um, oder vielmehr Gott selbst. Mein Herr ist hier mitten im Gebirge zurückgeblieben, wo er nach Herzenslust Buße tut. Und zugleich erzählte er ihnen in einem ununterbrochenen Strom, wie er zurückgeblieben sei, samt allen gehabten Abenteuern, und wie er einen Brief an die Dame Dulcinea von Toboso bei sich führe, die Tochter des Lorenzo Corchuelo, in die sein Herr bis über die Augen verliebt sei. Die beiden standen voll erstaunen über das, was Sancho Panza ihnen erzählte, denn ob sie gleich Don Quixotes Narrheit, sowie die Art derselben kannten, so waren sie doch immer von Neuem verwundert, so oft sie davon hörten. Sie baten Sancho Panza, ihnen den Brief zu zeigen, den er an die Dame Dulcinea von Toboso mit sich führe. Er sagte, dass er in ein Taschenbuch geschrieben sei, und wie ihm sein Herr befohlen habe, ihn auf Papier im ersten Orte abschreiben zu lassen, worauf der Pfarrer sagte, dass er ihn nur zeigen möchte, denn er wolle ihn selber sehr schön abschreiben. Sancho Panza fuhr hierauf mit der Hand in den Busen und suchte das Taschenbuch, aber er fand es nicht und hätte es nicht gefunden, wenn er auch ewig gesucht hätte, denn Don Quixote hatte es behalten und ihm nicht gegeben, so wie er es auch vergessen hatte, es von ihm zu fordern. Als Sancho sah, wie er das Buch nicht fand, wurde er blass im Gesichte, er fühlte sich hierauf noch einmal hastig am ganzen Körper herum und sah und begriff zum zweiten Male, dass er es nicht fand, worauf er sich ohne weiteres mit beiden Fäusten in den Bart griff, ihn halb zerzauste und sich dann sehr hastig, ohne auszuruhen, ein halbes Dutzend Faustschläge ins Gesicht und gegen die Nase gab, daß das Blut herunterfloß. Da dies der Pfarrer und Barbier sahen, fragten sie, was ihm denn zugestoßen sei, daß er sich so übel gehabe? Was wird mir zugestoßen sein, antwortete Sancho, als daß ich, wie man eine Hand umkehrt, drei junge Esel verloren habe, wovon mir jeder so köstlich wie ein Palast war. Wie das? fragte der Barbier. Das Taschenbuch habe ich verloren, antwortete Sancho, worin der Brief an die Dulcinea war und auch eine Wechselverschreibung von meinem Herrn, auf den mir die Nichte drei junge Esel von den Vieren oder Fünfen ausliefern sollte, die er im Hause hat, worauf er ihn auch den Verlust seines Grauen erzählte. Der Pfarrer tröstete ihn und sagte, daß, wenn er sein Herrn anträfe, er ihn die Verschreibung wollte erneuern lassen, und zwar so, daß er sie auf Papier aufzeichnete, wie es gebräuchlich und gewöhnlich sei, denn Verschreibungen in Taschenbüchern würden nicht für gültig anerkannt. Damit tröstete sich Sancho und sagte, daß, wenn dem so sei, er sich nicht sonderlich gräme, daß er den Brief an Dulcinea verloren habe, denn er wüßte ihn auswendig, so daß er niedergeschrieben werden könnte, wo und wann sie es wollten. »Sag ihn gleich her, Sancho«, sagte der Barbier, »wir wollen ihn nachher niederschreiben.« Sancho Panza stand still, kratzte den Kopf, um den Brief ins Gedächtnis zu locken. Bald stellte er sich auf den einen Fuß und bald auf den anderen. Jetzt schaute er die Erde an, und jetzt wieder den Himmel. Und nachdem er sich die halbe Spitze vom Finger heruntergebissen hatte, und die beiden in der größten Erwartung standen, was er doch sagen würde, sagte er endlich, nach einer ewigen Pause, »Mein Seel, Herr Lizenziat, der Teufel soll gleich das Wort holen, das ich noch aus dem Ganzen Briefe weiß, außer, daß im Anfange gesagt wurde, »Erhabene Herrscherin, mein Närchen«. »Es wird nicht«, sagte der Barbier, »mein Närchen heißen,«, »sondern vielleicht meine Königin oder Monarchin.« »So ist es auch«, sagte Sancho. Und gleich darauf, wenn ich mich recht erinnere, kam, äh, wenn ich mich recht erinnere, »der Geplagte und Schlaflose und der Verwundete, küsst eure gnädigen Hände, undankbare und vorzüglich unbekannte Schöne.« Und dann kam, ich weiß nicht, was von Gesundheit und Krankheit, die er schickte. Und dann ging's so weiter, bis es am Ende hieß, »Der Eurige bis in den Tod, der Ritter von der traurigen Gestalt.« Das gute Gedächtnis des Sancho Panza machte den beiden kein geringes Vergnügen. Sie lobten ihn sehr und baten ihn, den Brief noch einmal und dann noch einmal wieder herzusagen, damit sie ihn selbst auswendig lernen könnten, um ihn nachher niederzuschreiben. Sancho sagte ihn wiederum zwei- oder dreimal her, und jedes Mal sagte er wieder tausend neue Tollheiten. Hierauf erzählte er selbst alle Geschichten seines Herrn, aber er sagte kein einziges Wort von der Prelle, die ihm in der Schenke widerfahren war, in die er nicht einkehren wollte. Er beschloss damit, wie sein Herr, wenn er von der Dame Dulcinea von Toboso gute Nachricht brächte, willens sei, sich auf den Weg zu machen und Kaiser zu werden. Oder wenigstens Despot. Denn so wäre es unter ihnen beiden ausgemacht. Nach der Tapferkeit seiner Person und der Gewalt seines Armes müsse ihm auch dieses Ding ziemlich leicht werden. Wenn das geschehen, so wolle er ihn verheiraten, denn er würde dann wohl Witwer sein. Und es müsste sein. Dann sollte er das Fräulein der Kaiserin zur Gemahlin kriegen, die eine reiche und große Herrschaft auf dem festen Lande erbte, denn aus Inseln oder Eiländern mache er sich nichts. Dies alles sagte Sancho mit solcher Ruhe, indem er sich von Zeit zu Zeit die Nase wischte und so ohne Verstand, dass die beiden sich von Neuem wunderten, indem sie erwogen, wie gewaltig Don Quirotes Tollheit sein müsse, weil sie auch den Verstand dieses armen Kerls mit sich genommen habe. Sie wollten sich die Mühe nicht geben, ihm seinen Irrtum zu benehmen, da es ihnen schien, dass es keine Gewissenssache sei, wenn sie ihn darin ließen, wodurch seine Narrheiten ihnen überdies Vergnügen machten. Sie sagten ihm also, er möchte nur für die Wohlfahrt seines Herrn zu Gott beten, denn es sei ein überaus mögliches und wahrscheinliches Ding, daß er im Verlauf der Zeit wohl Kaiser würde oder wenigstens Erzbischof oder eine andere ähnliche Würde bekäme. Worauf Sancho antwortete, Meine Herren, wenn das Schicksal nun die Sachen so einrichten sollte, daß es meinem Herrn einfiele, nicht Kaiser, sondern Erzbischof zu werden, so möchte ich wohl wissen, was denn die irrenden Erzbischöfe ihren Stallmeistern zu geben pflegen. Sie geben ihn wohl, antwortete der Pfarrer, irgendeine Kirchenstelle oder einen Küsterdienst, der was Tüchtiges einträgt, die Akzidenzien ungerechnet, die sich wohl ebenso hoch belaufen mögen. Da wird's wohl nötig sein, versetzte Sancho, daß der Stallmeister nicht verheiratet ist und daß er wenigstens bei der Messe helfen kann. Aber ach, ich armes Kind, ich bin verheiratet und weiß nicht die ersten Buchstaben vom ABC. Was soll aus mir werden, wenn sich's mein Herr in den Kopf setzt, Erzbischof und nicht Kaiser zu werden, wie es doch sonst bei den irrenden Rittern Gebrauch und Herkommen ist. »Seid ohne Sorgen, Freund Sancho,« sagte der Barbier, »denn wir wollen euren Herrn bitten und ihm noch dazu den Rat geben, ja, es ihm zur Gewissenssache machen, Kaiser und nicht Erzbischof zu werden. Für ihn wird dies auch viel leichter sein, denn er ist mehr ein Held als ein Gelehrter.« »Das glaub ich auch«, sagte Sancho. »Doch muß ich sagen, daß er zu allen Dingen Fähigkeit besitzt. Was ich von meiner Seite tun will, ist, den lieben Gott zu bitten, daß er ihm das gebe, was ihm am meisten diene und wobei er mir das meiste geben kann. »Das ist eine verständige Gesinnung«, sagte der Pfarrer, »und darin handelt ihr wie ein guter Christ. Worauf wir aber jetzt denken müssen, ist auf die Art, wie wir euren Herrn aus der unnützen Buße erlösen, die er jetzt verübt, wie ihr sagt. Damit wir aber besser darauf sinnen und zugleich essen können, denn es ist Mittag, wollen wir in diese Schenke hineingehen.« Sancho sagte, daß sie nur hineingehen möchten, er aber wolle draußen warten und ihnen nachher die Ursache entdecken, warum er nicht hineingehe und es ihm widerwärtig sei, dort einzukehren. Daß er sie aber bete, ihm etwas zu essen und zwar etwas Warmes zu bringen, auch Hafer für den Raffinante. Sie gingen hinein und er blieb draußen und nach einiger Zeit brachte ihm der Barbier etwas zu essen. Hierauf beratschlagten sich die beiden gründlich, wie sie ihren Vorsatz ausführen wollten, und der Pfarrer kam endlich auf einen Gedanken, der ganz in Don Quixotes Sinn und auch so beschaffen war, wie er zu ihrem Zwecke taugte. Er sagte nämlich dem Barbier, wie sein Gedanke sei, sich als eine irrende Jungfrau anzugleiden, und daß er sich, so gut es anginge, als Stallmeister zurechtmachen möchte. So wollten sie sich hinbegeben, wo Don Quixote sei. Er wolle dann eine betrübte und bedrängte Jungfrau vorstellen, die eine Gabe von ihm erflehte, welche er ihr nicht, als ein Baccarer, irrender Ritter, abschlagen könne. Die Gabe aber, um die er flehen wolle, sei, daß er mit ihr ziehen möge, wohin sie ihn führte, um ein Leiden zu entwickeln, in das sie ein schlechter Ritter verwickelt habe, und daß sie ihn auch darum bete, daß er nicht befehlen möchte, sie solle den Schleier aufheben, auch nichts weiteres von ihr zu erfahren trachten, bis er die Ungeradheit jenes schlechten Ritters gerade gemacht. Er glaube, Don Quixote würde in dieser Form alles bewilligen, worum er nur bäte, und so wollten sie ihn aus dem Gebirge locken und nach seiner Heimat bringen, um ihn dort, wenn es möglich wäre, von seiner außerordentlichen Tollheit zu heilen. Ende von Abschnitt 20 Abschnitt von Don Quixote von Lamantia Band I von Miguel de Cervantes Saavedra Übersetzt von Ludwig Thieg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Boris Greff Dreizehntes Kapitel Wie es mit dem Plane des Pfarrers und Barbiers geriet, nebst andern Dingen würdig in dieser großen Geschichte vorgetragen zu werden. Dem Barbier Mißfiel die Erfindung des Pfarrers nicht, sondern sie schien ihm so gut, daß sie sogleich zur Ausführung Schritten. Sie ließen sich von der Wirtin ein Kleid und etliche Röcke geben, wofür der Pfarrer ein ganz neues Priestergewand zum Pfand einsetzte. Der Barbier machte sich einen weißlichen oder gelblichen Bart von einem Ochsenschwanze, an dem der Wirt seine Kämme aufhing. Die Wirtin fragte sie, was sie mit diesen Dingen anstellen wollten. Der Pfarrer erzählte ihr kurz Don Quixotes Narrheit und wie diese Verkleidung dazu dienen solle, ihn aus dem Gebirge herauszulocken, indem er sich jetzt aufhielte. Der Wirt und die Wirtin fielen sogleich darauf, daß dieser Narr gewiß ihr Gast mit dem Balsam und der Herr des geprellten Stallmeisters sein müsse. Sie erzählten dem Pfarrer hierauf alles, was sich mit diesen beiden zugetragen hatte, ohne das zu verschweigen, was Sancho so vorsorglich verbarg. Die Wirtin kleidete hierauf den Pfarrer so an, daß man nichts Schöneres sehen konnte. Sie legte ihm nämlich ein Tuchenes Kleid an, das voller schwarzer Samtbänder hing, die eine Spanne breit und ausgezackt waren, hierauf ein Leibchen von grünem Samt mit ganz weißen Bandschleifen, wovon alles aus den Zeiten des Königs Bamba zu sein schien. Der Pfarrer litt nicht, daß man ihn kouifierte, sondern er setzte auf den Kopf ein baumwollenes Mützchen, das er nachts zum Schlafen bei sich hatte. Und um die Stirn band er ein Strumpfband von schwarzem Taffet. Mit einem anderen Strumpfband machte er sich ein Vorhängsel, womit er ziemlich gut Bart und Gesicht verdeckte. Dann drückte er sich den Hut in die Augen, der so groß war, daß er ihm wohl zum Sonnenschirm dienen konnte, worauf er noch einen langen Mantel überwarf und sich quer nach Frauenart auf sein Maultier setzte. Der Barbier bestieg seinen Esel mit seinem Barte, der ihm bis auf den Gürtel reichte und ins Weiße und Gelblichte spielte und der, wie schon gesagt, aus dem Schwanze eines tüchtigen Ochsen gemacht war. Sie nahmen von allen Abschied, auch von der braven Maritorn, die, so sündhaft sie auch selber sei, einen Rosenkranz zu beten versprach, damit Gott seinen Segen verleihe, daß sie die schwierige und so christliche Unternehmung, die sie unternommen hatten, glücklich beendigen möchten. Sie hatten aber kaum die Schenke verlassen, als dem Pfarrer der Gedanke kam, daß es von ihm nicht gut gehandelt sei, sich so auszustaffieren, sondern im Gegenteil unschicklich für einen Priester, wenn der Zweck, weshalb es geschehe, auch noch so wichtig sei. Er sagte dies dem Barbier und bat ihn, den Anzug umzutauschen, weil es anständiger sei, daß er die notgedrängte Jungfrau vorstelle. Er wolle der Stahlmeister sein, wodurch er so seinem Amte weniger vergäbe. Wolle er dies nicht tun, so sei er fest entschlossen, nicht weiterzugehen, und wenn den Don Quixote auch der Teufel selbst holen sollte. In dem kam Sancho hinzu, der über den Aufzug lachen mußte, in welchem er die beiden sah. Der Barbier ging alles ein, wie es der Pfarrer wollte. Sie tauschten ihre Masken um. Der Pfarrer unterrichtete ihn, wie er sich gebärden und welche Redensarten er gegen Don Quixote zu führen habe, um ihn zu bewegen und zu zwingen, mit ihm zu gehen und den Ort zu verlassen, den er zu seiner Unnützenbuße ausgewählt hatte. Der Barbier antwortete, dass er selbst seine Lektion wüßte und sie gewiß auf das Pünktlichste her sagen wolle. Er wollte sich aber noch nicht ankleiden, bis sie sich an der Stelle befänden, wo Don Quixote sei. Er legte also den Anzug zusammen, der Pfarrer machte seinen Bart fest, und so setzten sie ihren Weg fort, von Sancho Panza angeführt, der ihnen erzählte, was ihnen mit dem Verrückten begegnet sei, den sie im Gebirge gefunden hätten. Wobei er aber sorgfältig den Fund des Mantelsackes und das, was er in diesem angetroffen hatte, verschwieg. Denn so dumm er auch war, so war dieser brave Herr doch ein wenig auf sein Bestes bedacht. Am anderen Tage kamen sie an die Stelle, wo Sancho seine Merkmale, nämlich die Zweige, ausgestreut hatte, um den Platz wiederzufinden, wo er seinen Herrn gelassen hatte. Und so wie er sie erkannte, sagte er, dass dieses der Eingang sei und dass sie sich nun anziehen könnten, wenn dies nötig sei, um seinen Herrn zu befreien. Denn sie hatten es ihm vorher gesagt, dass diese Reise und diese Verkleidung bloß angestellt sei, um seinen Herrn von dem unglückseligen Leben zu erlösen, welches er sich auserwählt habe. Und dass er durchaus seinem Herrn nicht sagen dürfe, wer sie wären, oder dass er sie kenne. Und wenn er fragte, wie er gewiss fragen würde, ob er den Brief an Dulcinea abgegeben habe, sollte er ja sprechen. Und weil sie nicht lesen könne, habe sie ihm die mündliche Antwort gegeben und ihm bei Strafe ihrer Ungnade befohlen, augenblicklich zu ihr zu kommen, weil dies für ihn außerordentlich wichtig sei. Dadurch und durch das, was sie ihm sagen wollten, wären sie versichert, ihn zu einem besseren Leben zurückzubringen und ihn so anzufrischen, dass er sich gleich auf den Weg mache, um Kaiser oder Despot zu werden. Denn was den Erzbischof betreffe, darüber möge er nur ohne Sorgen sein. Sancho hörte alles an und prägte es sich gut ins Gedächtnis, dankte ihnen auch für die gute Absicht, dass sie seinem Herrn zureden wollten. Er möchte Kaiser und nicht Erzbischof werden, denn er seinerseits halte dafür, dass, was das angehe, die Stallmeister trefflich zu bedenken, ein Kaiser mehr als ein irrender Erzbischof tun könne. Er sagte auch, dass es besser wäre, wenn er voran ginge, ihn zu suchen und ihm die Antwort von seiner Dame zu sagen, denn vielleicht sei das schon hinreichend, ihn von der Stelle zu bringen, ohne dass sie sich so viele Mühe zu geben brauchten. Den beiden schien das gut, was Sancho sagte. Sie beschlossen also, dort zu warten, bis er mit der Nachricht, dass er seinen Herrn gefunden habe, zurückgekehrt sei. Sancho ritt in die Schluchten des Gebirges hinein und ließ die beiden auf einem Platze, wo ein kleiner, friedlicher Bach murmelte und auf dem Felsen einige Bäume einen angenehmen, frischen Schatten verbreiteten. Die Hitze war groß, denn es war im August, in welchem Monate die Sonne dort sehr heiß brennt. Es war drei Stunden nach Mittage, alles dieses machte den Ort sehr anmutig und lud sie ein, hier die Rückkehr des Sancho zu erwarten, wie sie es auch taten. Indem die beiden im Schatten sich erquickten, vernahmen sie eine Stimme, die ohne den begleitenden Ton eines Instrumentes süß und lieblich erklang, worüber sie sich nicht wenig verwunderten, denn sie hielten dies für keine Gegend, in der sich so gute Sänger aufhalten könnten. Denn, wenn auch oft erzählt wird, wie in Wäldern und auf Gefilden Schäfer mit lieblichen Stimmen wohnen, so ist dies mehr schöne Erfindung der Poeten als Wahrheit, da sie überdies noch bemerkten, dass die Verse, die sie singen hörten, kein Lied eines Bauern sein könne, sondern von einem feinen Mann herrühren müssen. Die Stunde, die Einsamkeit, die Stimme und die Geschicklichkeit dessen, der sang, erregte den beiden Zuhörern ebenso viel Vergnügen als Verwunderung. Sie verhielten sich ruhig, indem sie noch mehr zu hören erwarteten. Da sie aber sahen, dass alles schwieg, beschlossen sie, aufzustehen und den Sänger zu suchen, dessen Stimme so lieblich erklang. Und indem sie dies eben ins Werk setzen wollten, machte dieselbe Stimme, dass sie sich nicht rührten, denn ein neuer Ton traf ihr Ohr, und ein Sonett wurde gesungen. Den Gesang beschloss ein tiefer Seufzer, und die beiden blieben sehr still und aufmerksam, ob sie noch mehr hören würden. Da sie aber sahen, dass sich die Musik in Jammer und klägliches Ächzen verkehrt hatte, beschlossen sie, zu erfahren, wer der Traurige sei, dessen Stimme so schön wie sein Seufzen rührend war. Sie waren nicht weit gegangen, als sie, indem sie um einen Felsenbogen, einen Menschen von eben der Gestalt gewahr wurden, wie Sancho ihn beschrieben hatte, als er vom Cardenio erzählte. Als dieser Mann sie erblickte, blieb er, ohne sich zu bewegen, in seiner traurigen Stellung, den Kopf auf die Brust herabgesunken und wie in tiefen Gedanken verloren, ohne die Augen aufzuschlagen oder ihnen mehr, als sie einen flüchtigen Blick zu gönnen, als sie sich ihm so unvermutet näherten. Der Pfarrer, der ein beräter Mann war und schon von seinem Unglück gewußte, da er ihn an den Merkmalen erkannt hatte, ging auf ihn zu und bat und beschwor ihn in wenigen, aber vernünftigen Worten, dieses elende Leben zu verlassen, damit er nicht darin umkäme, welches von allen Unglückseligkeiten doch die unseligste sei. Cardenio war gerade bei vollem Verstande und ohne einen Anfall von Raserei, der ihn oft gänzlich von ihm selbst entfremdete. Da er also die beiden sah, anders gekleidet, als ihm sonst die Menschen dieser Wüsteneien aufstießen, verwundete er sich nicht wenig, noch mehr, da er von seinen Leiden wie von einer Sache reden hörte, die man schon kannte. Denn das, was ihm der Pfarrer gesagt hatte, machte ihm dies deutlich. Er antwortete also mit diesen Worten. Ich sehe wohl, wer ihr auch sein möget, meine Herren, daß der Himmel, der für die guten Menschen Sorge trägt und ihnen hilft, wie er es auch oft in Bösen tut, mir gegen mein Verdienst in diese Einöden vom Verkehr aller Menschen entfernt, Männer sendet, die mir mit Eindringlichkeit und Vernunft, ob ich gleich ohne diese bin, vor Augen stellen, wie ich mich von hier entreißen und ein besseres Los aufsuchen solle. Ihr wisst aber nicht, wer ich bin und wie es wohl möglich ist, daß, wenn ich dieser Lage entrinne, ich wohl in ein noch schlimmeres Unglück stürzen kann. Ihr müsst mich also für einen Menschen von schwachem Verstande halten oder, was noch schlimmer ist, für ganz vernunftlos erklären und freilich wäre es kein Wunder, wenn ihr es tätet, denn ich weiß es wohl, wie mich das ewig gegenwärtige Bild meines Elends so überwältigt hat und so zu meinem Verderben wirkt, daß ich mich selber nicht mehr besitze, sondern oft besinnungslos wie ein Stein bin und jeder menschlichen Empfindung entbehre. Darum muß ich auch alles glauben, was mir manche erzählen und mir durch Spuren beweisen, wie ich gehandelt habe, wenn jener schreckliche Zufall alle meine Kräfte beherrscht. Ich kann nun nichts weiter tun, als vergeblich klagen und ohne Zweck mein Schicksal verwünschen und zur Entschuldigung meines Wahnsinns jedem, der mich anhören will, mein Unglück erzählen, damit, wenn die Klugen die Ursache erfahren, sie sich nicht über die Folge desselben wundern und wenn sie mir nicht helfen können, mich doch wenigstens nicht anklagen, weil ihr Zorn über meinen Frevel in Mitleid über mein Unglück verwandelt werden muß. Kommt ihr also, meine Herren, in der nämlichen Absicht hierher, in der schon manche hergekommen sind, so bitte ich euch, ehe ihr noch in euren gütigen Überredungen fortfahrt, die Geschichte meines Unglücks anzuhören, weil ihr vielleicht nachher selber eure Mühe unnütz findet, mir in meinem Elende Trost zu geben, das durchaus keinen Trost zulässt. Es war gerade der Wunsch der beiden, aus seinem eigenen Munde die Ursache seiner Schwermut zu erfahren. Sie baten ihn daher, seine Geschichte vorzutragen, wobei sie versprachen, ihm keine andere Hilfe und keinen anderen Trost anzubieten, als die er selber wünschen würde. Der traurige Ritter fing also seine betrübte Geschichte an und trug sie fast mit den nämlichen Worten und Wendungen vor, wie er sie dem Don Quixote und dem Ziegenhirten vor wenigen Tagen erzählt hatte, als bei Gelegenheit des Meister Elisabeth und durch die Gewissenhaftigkeit Don Quixotes den Gesetzen der Ritterschaft Folge zu leisten, die Erzählung abgebrochen wurde, wie es die Historie vorträgt. Jetzt aber fügte es das gute Glück, dass sie von keinem Anfall von Wahnsinn gestört wurden, sondern er führte seine Geschichte bis zu Ende. Ende von Abschnitt 21 Abschnitt 22 von Don Quixote von Lamantia Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra Übersetzt von Ludwig Tieg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Vierzehntes Kapitel Handelt von dem neuen und angenehmen Abenteuer, welches dem Pfarrer und Barbier in dem nämlichen Gebirge begegnete. Der Pfarrer wurde, als er sich eben bereitete, dem Cardenio Trost zuzusprechen, von einer Stimme, die sein Ohr vernahm, unterbrochen, welche in klagenden Tönen Folgendes sagte, Ohimel, sollte ich schon den Ort gefunden haben, der zum verborgenen Grabe der Last dieses meines Körpers dienen kann, die ich so sehr wider meinen Willen trage. Ja, so wird es sein, wenn diese Gebirge so einsam sind, wie sie mir erscheinen. Ach, ich Unglückselige, wie viel liebere Gesellschaft werden diese Felsen und Abgründe für mein Vorhaben sein, denn sie vergönnen es mir, mein Unglück dem Himmel zu klagen, als die Gegenwart irgendeiner menschlichen Gestalt, denn von keinem auf Erden kann ich Rat in meinen Zweifeln hoffen, Trost in meinen Schmerzen, Hilfe in meinen Leiden. Alle diese Worte hörten und verstanden der Pfarrer und die mit ihm waren, und da sie glaubten, wie es auch in der Tat war, dass der Klagende sich in der Nähe befinden müsse, so standen sie auf, ihn zu suchen, und sie waren kaum zwanzig Schritte gegangen, als sie hinter einem Felsen am Fuße eines Eschenbaumes einen Jüngling wahrnahmen, in der Kleidung eines Bauern, der das Gesicht gegen den Boden neigte, weil er im vorüberfließenden Bache seine Füße wusch, weshalb sie ihn nicht sogleich betrachten konnten. Sie waren auch so leise herangeschlichen, daß er sie nicht vernahm, auch weiter auf nichts achtete, als seine Füße zu waschen, die nicht anders wie zwei Stücke weißen Kristalls aussahen, die dort zwischen anderem Gestein im Bache gewaschen wären. Der Glanz der schönen weißen Füße setzte sie in Erstaunen, denn sie schienen nicht gemacht, auf Kiesel zu treten oder hinter dem Pfluge und den Rindern herzuschreiten, wie man doch nach der Bekleidung hätte schließen sollen. Wie sie also sahen, dass sie nicht bemerkt wurden, gab der Pfarrer, welcher der vorderste war, den übrigen ein Zeichen, dass sie sich ruhig verhalten oder hinter einigen Felsenstücken dort sich verbergen möchten. Dies taten sie alle, indem sie aufmerksam beobachteten, was der Jüngling tun würde. Dieser trug ein graues Wams, das um die Hüften mit einem weißen Tuche fest gegürtet war. Seine Beinkleider und Strümpfe waren ebenfalls von grauem Tuche, der Kopf war mit einer grauen Mütze bedeckt. Die Strümpfe hatte er bis zur Hälfte der Beine hinauf gezogen, welche vollkommen dem Fertig, worauf er sie mit einem Tuche, das er unter der Mütze hervornahm, trocknete, und indem er dieses herabnahm, erhob er sein Gesicht, und diejenigen, die ihn betrachteten, sahen durch diese Bewegung eine so unvergleichliche Schönheit, daß Cardenio zum Pfarrer leise sagte, Ist dieses nicht Luthinde, so ist es kein menschliches, sondern ein göttliches Gebild. Der Jüngling nahm nun die Mütze ab, und sowie er den Kopf von einer zur anderen Seite schüttelte, flossen ringsum so strahlende Haarlocken hinunter, daß die Sonne ihren Glanz beneiden dürfte. Hieraus ersahen sie, daß derjenige, der ihnen ein Bauernknabe schien, ein Mädchen sei, und zwar das zarteste und schönste, das ihre Augen bis dahin jemals gesehen hatten. Selbst den Cardenio nicht ausgenommen, wäre ihm nicht die holdselige Luthinde bekannt gewesen, denn er gestand selbst nachher, daß nur Luthindens Schönheit sich mit dieser messen dürfe. Die langen, goldenen Haare bedeckten nicht nur die Schultern, sondern senkten sich so tief rund auf allen Seiten hinab, daß man vom Körper nichts als die Füße sehen konnte, von solcher Fülle und Länge waren ihre Locken. Hierauf brauchte sie statt eines Kammes ihre Hände, die, wenn die Füße im Wasser Kristalle schienen, in den Haaren sich nicht anders wie Figuren geformten Schnees ausnahmen, welches alles um so mehr die Bewunderung und den Wunsch bei den Dreien, welche sie beobachteten, erregte, zu erfahren, wer sie sei. Deshalb beschlossen sie, sich zu zeigen, und auf die Bewegung, die sie im Annähern machten, erhob das schöne Mädchen das Angesicht, strich mit beiden Händen die Haare von den Augen hinweg und sah nun die, die das Geräusch machten. Aber kaum hatte sie sie bemerkt, als sie aufsprang und ohne die Schuhe anzulegen oder die Haare aufzusammeln, in größter Eile ein Leinenbündel ergriff, das neben ihr lag und sich voll Furcht und Schrecken auf die Flucht begab. Sie war aber nicht sechs Schritte gelaufen, als ihre zarten Füße die Härte der Steine nicht länger aushalten konnten und sie auf die Erde niederfiel. Als die drei dies sahen, eilten sie herzu, und der Pfarrer sagte zuerst, »Bleibt, senora, wer ihr auch sein mögt, denn wir alle, die ihr hier seht, haben nur die Absicht, euch zu dienen. Ohne Ursache begebt ihr euch also auf diese ungeziemene Flucht, denn eure Füße können sie so wenig aushalten, als wir darein willigen können.« Auf dieses sagte sie kein Wort, so war sie erschrocken und in Verwirrung. Hierauf traten sie hinzu, und der Pfarrer nahm ihre Hand und fuhr so fort. »Was eure Kleidung, senora, uns leugnen sollte, haben uns eure Locken entdeckt, deutliche Zeichen, dass keine geringen Ursachen euch veranlasst haben, eure Schönheit durch so unwürdige Tracht zu entstellen und sie so einsamer Wildnis zu verraten, in der ihr uns zum Glück gefunden habt, um euch wenigstens zu trösten, wenn wir euch nicht helfen können. Denn kein Übel ist so drückend oder so gar verzweifelt, solange das Leben noch währt, daß es nicht mindestens Rat zulassen sollte, wenn er dem, der dessen Bedarf, aus guter Absicht gegeben wird. Also, senora, oder senor, oder was ihr sonst sein wollt, erholt euch von dem Schrecken, den unser Anblick euch verursacht, und erzählt uns euer gutes und schlimmes Glück. Jeder von uns hat ein Mitgefühl für eure Leiden. In dem der Pfarrer diese Worte sagte, stand das verkleidete Mädchen wie versteinert. Sie betrachtete alle, ohne nur die Lippen zu regen oder eine Silbe zu sprechen, ebenso wie ein unerfahrener Bauer, dem plötzlich seltene und nie gesehene Dinge vor die Augen kommen. Da aber der Pfarrer wiederum zu dem nämlichen Endpunkte andere Worte anknüpfte, holte sie einen tiefen Seufzer, brach ihr Schweigen und sagte, da es der Einsamkeit dieser Gebirge unmöglich gewesen ist, mich zu verstecken und meine aufgelösten Haare auch meiner Zunge nicht erlauben, Lügen zu sagen, so wäre es jetzt wohl vergeblich, von neuem mich hinter eine Erdichtung zu verbergen, der ihr vielleicht mehr aus Höflichkeit als einem anderen Grunde Glauben beimessen würdet. Dies vorausgesetzt, sage ich euch, meine Herren, dass ich euch für eure freundlichen Anerbietungen danke, die mir die Pflicht auflegen, alle eure Bitten zu erfüllen. Nur besorge ich, die Erzählung meiner Unglücksfälle wird bei euch ebenso viel Mitleiden als Unwillen erregen, weil ihr keine Hilfe, mir zu helfen, keinen Rat, mir beizustehen finden werdet. Dennoch aber, damit nicht meine Ehre eurem gütigen Willen zweideutig erscheine, da ihr schon erkannt habt, dass ich ein Weib bin und ihr mich als Mädchen einsam und in dieser Kleidung seht, welches zusammen wie jedes Einzelne jede gute Meinung zu Boden werfen könnte, will ich euch das sagen, was ich gern verschwiege, wenn es mir möglich wäre. Alles dies sagte ohne Anstoß diejenige, die ein so schönes Mädchen zu sein schien, mit so leichter Zunge und so süßer Stimme, dass jene über ihren Verstand nicht weniger als über ihre Schönheit staunten, und da sie ihr von Neuem ihre Dienste anboten und sie von Neuem baten, ihr Versprechen zu erfüllen, so setzte sie sich, ohne sich länger bitten zu lassen, indem sie mit größtem Anstande ihre Schuhe anlegte und ihre Haare aufwickelte, auf ein Felsenstück, und nachdem die drei sich um sie gelagert und sie sich bemüht hatte, einige Tränen zu unterdrücken, die ihr in die Augen stiegen, begann sie mit sanfter und melodischer Stimme die Geschichte ihres Lebens. Der Pfarrer, der Barbier und Cardenio erfahren nun, dass das schöne Mädchen eben jene Dorothea ist, die Don Fernando, der auch Cardenio seine Geliebte raubte, um ihre Unschuld betrog und dann verließ. Cardenio erzählt ihr daraufhin, wie auch er durch jenen Fernando betrogen worden sei. Ende von Abschnitt 22 Fünfzehntes Kapitel Welches von dem artigen Kunstgriffe und der Weise handelt, die man annahm, unseren verliebten Ritter aus seiner höchst grausamen Buße zu nehmen, der er sich unterzogen hatte. In dem hörten sie ein Geschrei und merkten, dass es von Sancho Panther herrühre, der sie mit lauter Stimme rief, weil er sie nicht an dem Platze, wo er sie erst gelassen, wiedergefunden hatte. Sie gingen ihm entgegen und fragten ihn nach Don Quixote. Er erzählte, wie er ihn halbnackt im Hemde gefunden habe, dürr, gelb, fast vor Hunger gestorben, immer für seine Dame Dulcinea seufzend. Wie er ihm zwar gesagt, dass sie ihm den Befehl sende, den Ort zu verlassen und sich nach Toboso zu begeben, wo sie ihn erwarte. Er aber habe geantwortet, dass er entschlossen sei, nicht er vor Dero Schönheit zu erscheinen, bis er Tathandlungen ausübend verrichtet, die ihn ihrer Gnade würdiglich machten. Und wenn es nun noch so fortginge, so laufe er Gefahr, kein Kaiser zu werden, wie es doch seine Schuldigkeit sei. Ja, nicht einmal Erzbischof, was doch das Wenigste sei, was er werden könnte. Sie möchten darum selbst zusehen, was sie ausrichten könnten, um ihn von dort wegzubringen. Der Lizenziat antwortete, dass er sich keine Sorgen machen möge, sie würden ihn schon von der Qual erlösen, in der er jetzt bedrängt wäre. Er erzählte zugleich dem Cardenio und der Dorothea, welches Mittel sie erdacht, um Don Quijote zu helfen, wenigstens ihn nach seinem Hause zu bringen. Worauf Dorothea sagte, dass sie die hilfsbedürftige Jungfrau besser als der Barbier vorstellen werde, besonders, da sie Kleider bei sich habe, mit denen sie es recht natürlich machen könne, und dass man es ihr nur überlassen solle, alles das zu tun, was erforderlich sei, um den Vorsatz auszuführen. Denn sie habe viele Ritterbücher gelesen und kenne den Stil recht gut, den die bedrängten Jungfrauen führten, wenn sie eine Gabe von den irrenen Rittern begehrten. So ist nichts weiter vonnöten, sagte der Pfarrer, als dass man es sogleich ins Werk richte, denn wahrlich, das Glück ist mir günstig, weil es plötzlich euch eine Tür zu eurem Troste öffnet und uns die Ausführung unseres Vorhabens erleichtert. Sogleich nahm Dorothea aus ihrem Beutel ein Kleid von dem reichsten Stoffe, einen prächtigen grünen Mantel und aus einer Schachtel einen Halsschmuck nebst andern Kleinodien, womit sie sich im Augenblicke so putzte, dass sie eine vornehme und große Dame schien. Dies und noch andere Sachen hatte sie, wie sie sagte, aus ihrem Hause mitgenommen, um sie zu brauchen, wenn es die Gelegenheit gäbe, aber bisher hatte sie noch keine gefunden, sich umzukleiden. Alle waren über ihren edlen Anstand, Reiz und ihre Schönheit entzückt und tadelten den Don Fernando wegen seines wenigen Gefühls, dass er so viel Anmut habe verstoßen können. Wer sich aber am meisten verwunderte, war Sancho Panza, denn er glaubte, wie es auch in der Tat war, in der Zeit seines ganzen Lebens nicht eine so herrliche Bildung gesehen zu haben. Er fragte also den Pfarrer mit großem Eifer, ihm doch zu sagen, wer die schöne Dame sei und was sie denn hier in der Wüstenei mache. Diese schöne Dame, Freund Sancho, antwortete der Pfarrer, ist, was man nicht alle Tage sieht. Sie ist von männlicher Seite her die rechtmäßige Erbin des großen mikomikonischen Reichs, welche jetzt herkommt, euren Herrn aufzusuchen, um eine Gabe von ihm zu begehren, als nämlich eine große Ungefügheit oder Kränkung zu ahnen, die sie von einem bösen Riesen erleiden müssen, und auf den Ruhm eines gewaltigen Ritters, den euer Herr auf dem ganzen Erdkreise hat, ist diese Prinzessin von Guinea gekommen, ihn aufzusuchen. »Das Suchen und das Finden trifft sich ja herrlich«, rief nun Sancho Banta aus, »besonders, wenn mein Herr so glücklich ist, die Kränkung zu ahnen und die Ungefügheit einzufügen, wenn er nämlich das Hurenkind von Riesen, von dem ihr sprecht, umbringt, und umbringen wird er ihn gewiß, wo er ihn trifft, wenn er nur kein Gespenst ist, denn gegen die Gespenster hat mein gnädiger Herr durchaus keine Gewalt. Aber um ein Ding will ich doch unter andern den Herrn Lizenziaten bitten, nämlich, damit mein Herr nicht Lust kriegt, Erzbischof zu werden, wie ich immer noch fürchte, so ratet ihm doch, dass er sich gleich mit dieser Prinzessin verheiraten möge. Denn alsdann ist es ihm unmöglich, die erzbischöfliche Weihung zu empfangen, und er wird somit leicht zu seinem Kaisertum und ich zur Endschaft aller meiner Wünsche gelangen. Denn ich habe es mir wohl überlegt und habe es ausgefunden, dass es mir durchaus nicht zuträglich ist, dass mein Herr ein Erzbischof werde. Denn für die Kirche tauge ich nicht, denn ich bin verheiratet, und da noch lange Dispensation zu suchen, um Einkünfte von der Kirche zu genießen, da ich Frau und Kinder habe, heißt die Sache auf die lange Bank schieben. Also, lieber Herr, ist das der Hauptpunkt, dass mein Herr sich gleich mit der Dame verheiraten muß, deren Herrlichkeit ich noch nicht weiß, und sie also nicht bei ihrem gehörigen Namen nenne. »Sie heißt«, antwortete der Pfarrer, »die Prinzessin von Mico-Mikona. Denn da ihr Reich Mico-Mikon genannt wird, so folgt heraus, dass sie so heißen müsse.« »Das ist keine Frage«, antwortete Sancho, »denn ich habe es oft gesehen, wie die Leute ihren Titel und ihre Würde von dem Orte hernehmen, wo sie geboren sind, dass sie sich Petro von Alcalá, Juan von Ubeda und Diego von Valladolid nennen, und dieselbe Mode wird wohl auch in Guinea sein, daß die Königinnen den Namen von ihren Königreichen führen.« »Freilich ist es so«, sagte der Pfarrer, »und was das Vermählen eures Herrn betrifft, so will ich dabei tun, was ich nur kann.« Hierüber war Sancho ungemein vergnügt, so wie der Pfarrer über seine Einfalt verwundert, daß er in den nämlichen Tollheiten ebenso fest wie sein Herr verstrickt sei. Denn er hatte gar keinen Zweifel daran, daß dieser Kaiser werden würde. Indessen hatte sich Dorothea schon auf das Maultier des Pfarrers gesetzt. Der Barbier hatte sein Antlitz mit dem Ochsenschwanze geziert, und sie verlangten nun von Sancho, dorthin geführt zu werden, wo sich Don Quixote befinde, indem sie ihn erinnerten, sich nicht merken zu lassen, daß er den Lizenziaten oder Barbier kenne. Denn darauf, daß sie unbekannt blieben, beruhte es völlig, daß sein Herr Kaiser würde. Der Pfarrer und Cardenio wollten überdies nicht mit ihnen gehen, damit sich Don Quixote nicht des Zwistes erinnern möchte, den er mit Cardenio gehabt, und der Pfarrer, weil vorerst seine Gegenwart noch nicht nötig sei. Sie ließen also jene voranziehen und folgten ihnen zu Fuße mit gemächlichen Schritten. Der Pfarrer stellte Dorothea noch einmal vor, was sie zu tun habe, worauf sie sagte, sie möchten unbesorgt sein, denn alles solle ganz richtig vor sich gehen, wie es in den Ritterbüchern enthalten und vorgeschrieben sei. Als sie drei Viertelmeilen fortgezogen waren, entdeckten sie Don Quixote zwischen mehreren durcheinandergeworfenen Klippen, schon bekleidet, aber noch nicht gewappnet, und so wie ihn Dorothea erblickte und von Sancho erfuhr, daß jener Don Quixote sei, trieb sie ihren Zelter mit der Gerte, und nach ihr folgte der wohlbebartete Barbier. Und als sie nun nahe genug gekommen, sprang der Stallmeister von seinem Maultiere ab und empfing Dorothea in seinen Armen, die mit vieler Zierlichkeit abstieg, zu den Füßen Don Quixotes sich knieend niederwarf, und so sehr er sich bemühte, sie aufzuheben, ohne sich emporzurichten, ihn auf folgende Weise anredete.« »Nicht werde ich mich von all hier aufheben, o tapferer und starkmutiger Ritter, bis eure Gutheit und feine Sitte mir eine Gabe gewährt hat, die so zur Ehre und Ruhm eurer Person wie zum Wohlsein der trostlosesten und unglücklichsten Jungfrau gereichen wird, die je die Sonne beschienen. Und wenn die Tugend eures starken Armes der Stimme eures unsterblichen Ruhmes gleichkommt, so seid ihr verpflichtet, der Unglücklichen beizustehen, die aus weit fernen Landen der Geruch eures rühmlichsten Namens herbeizieht, um euch als den Ritter in ihrem Elende aufzusuchen.« »Nicht werde ich euch ein einziges Wort erwidern, wohl schöne Dame,« antwortete Don Quixote, »noch irgendwas von euren Mähren weiter anhören, bevor ihr euch vom Boden erhebt.« »Nicht werde ich mich erheben, Señor,« antwortete die betrübte Jungfrau, »wenn mir nicht zuvörderst eure Hübschheit die Gabe bewilligt hat, um die ich flehe.« »So bewillige ich sie und sage sie zu,« antwortete Don Quixote, »wenn mit der Erfüllung nicht meinem Könige Nachteil oder Schaden geschieht, noch meinem Vaterlande, noch derjenigen, die zu meinem Herzen und meiner Freiheit die Schlüssel bewahrt.« »Es wird denjenigen, die ihr namhaft macht, nicht zum Schaden oder Nachteil gereichen,« antwortete die betrübte Jungfrau. Zugleich näherte sich Sancho Panza dem Ohre seines Herrn und sagte ganz leise, »Ihr könnt, mein gnädiger Herr, nur frisch weg die Gabe gewähren, um die gefleht wird. Es ist nämlich nichts weiter, als eine Riesenbestie umzubringen, und die, das fleht, ist die erhabenste Prinzessin Mikomikona, Königin des mächtigen Mikomikonischen Reichs in Äthiopien.« »Sei es, wer es sei,« antwortete Don Quixote, »so werde ich tun, was mir meine Pflicht gebeut und mein Gewissen mir befiehlt, demstande gemäß, zu welchem ich mich bekenne.« Er kehrte sich sogleich zur Jungfrau und sagte, »Euer liebten allhohe Schönheit erhebe sich nunmehr, denn gewährt ist die Gabe, welche dieselbe von mir erheischen wird.« »Was ich also heische,« sagte die Jungfrau, »ist, dass eure großmütige Person sogleich mit mir ziehe, wohin ich dieselbe zu führen gedenke, und mir verspreche, sich keines anderen Abenteuers zu unterfangen, keines Zwistes zu gedenken, bis ich an einem Verräter gerochen bin, der gegen göttliche und menschliche Satzungen mein Königreich mir entrissen hat.« »Ich sage, dass ich es also gewähre,« antwortete Don Quixote, »und also mögt ihr, Gebieterin, von Stund an die Melancholie entfernen, die euch da niederbeugt, und eurer ohnmächtigen Hoffnung neue Kraft und neuen Atem einflößen. Denn mit der Hilfe Gottes und meines Arms sollt ihr euch alsbald in eurem Königreiche wieder eingesetzt erblicken und wieder den Thron eures alten und mächtigen Reichs in Besitz nehmen, und trotz und hohn sei allen Schurken geboten, die dem widersprechen wollen. »Flux also, Hand ans Werk, denn im Zögern, sagt man, liegt die Gefahr.« Die bedrängte Jungfrau beeiferte sich mit größter Mühe, ihm die Hand zu küssen, aber Don Quixote, der durchaus ein höflicher und artiger Ritter war, gab dieses durchaus nicht zu, sondern er hob sie auf und umarmte sie mit äußerster Höflichkeit und artigem Bezeigen, worauf er dem Sancho befahl, das raffinante Sattelgurt festzuschnallen und ihm schleunig die vollständige Waffenrüstung anzulegen. Sancho sammelte die Waffen, die gleich einer Trophäe an einem Baume aufgehängt waren, schnallte den Sattelgurt und bewaffnete seinen Herrn alsbald, welcher, da er sich bewaffnet sah, sprach, »So gehen wir denn im Namen Gottes, uns dieser großen Dame gefällig zu erweisen.« Der Barbier lag noch auf den Knien und gab sich alle Mühe, sein Lachen zu verbergen und den Bart nicht fallen zu lassen, mit dessen Fall vielleicht die gute Absicht aller durchaus gescheitert wäre. Und da er nun sah, dass die Gabe schon gewährt sei und dass Don Quixote sich in größter Eile fertig mache, die Bitte auszurichten, erhob er sich, faßte seine Dame bei der andern Hand und beide halfen ihr auf den Maulesel. Sogleich bestieg Don Quixote den Raffinante, der Barbier setzte sich auf seinem Tiere zurecht und Sancho blieb zu Fuße, dem sich der Schmerz über den Verlust und die Entbehrung des Grauen erneuerte. Aber dennoch trug er alles mit Freudigkeit, denn er meinte nun, sein Herr sei auf dem geraden Wege und dicht am Ziele, Kaiser zu werden. Er zweifelte gar nicht, dass er die Prinzessin heiraten und so zum wenigsten König von Mikomikon werden möchte. Nur dieses machte ihm nachdenken, dass das Königreich im Lande der Neger liege und dass also die Menschen, die ihm als Vasallen untergeordnet würden, auch Neger sein müßten, wogegen er aber sogleich ein gutes Mittel ersann und so zu sich selber redete. Was geht's mich denn an, ob meine Vasallen Neger sind? Ich kann sie ja nur zusammenpacken und nach Spanien bringen und sie gegen bares Geld verkaufen. Für das Geld kann ich mir dann eine Herrschaft oder sonst ein Amt anschaffen, worin ich ohne Sorgen für die übrige Zeit meines Lebens ausdauern kann. Sollte ich wohl nicht so viel Kopf haben und so viel Einsicht, es so einzurichten, dass ich zwanzig oder dreißig Vasallen verkaufe, wie man die Hand umdreht? Wahrhaftig, verkaufen will ich sie, groß und klein, wie sie der Hür zum Tore hinaustreibt, und wenn sie auch kohlschwarz sind, so sollen sie sich unter meinen Händen in Blanke und Gelbe verwandeln. Ja, ja, man soll mir nur kommen, ob ich wohl ein Einfallspinsel bin? Mit diesen Gedanken beschäftigt, ging er so zufrieden einher, dass er den Verdruss vergaß, zu Fuß reisen zu müssen. Cardenio und der Pfarrer sahen zwischen einigen Schlüften hindurch alles und wussten nicht, wie sie es anfangen sollten, um sich mit ihnen zu vereinigen. Der Pfarrer aber, der ein sehr anschlägiger Kopf war, hatte bald etwas ausgefunden, um ihren Vorsatz zu vollbringen. Er schnitt nämlich mit einer Schere, die er in einem Futeral mit sich führte, dem Cardenio eiligst den Bart ab und zog ihm einen grauen Rock an, den er trug, und hing ihm einen schwarzen Mantel um. Er selbst aber blieb in Kamisol und Beinkleidern. Cardenio aber war dadurch mit einem Male so verwandelt, dass er sich selbst nicht gekannt haben würde, wenn er sich in einem Spiegel betrachtet hätte. Als dies geschehen war, obgleich die anderen während der Verkleidung ihren Weg fortgesetzt hatten, konnten sie sich doch leicht noch früher als diese auf den großen Weg machen, denn die Abgründe und Umwege dieser rauen Gegenden erlaubten denen, die zu Pferde reisten, nicht so schnell fortzukommen, wie es die konnten, die zu Fuß waren. Sie stellten sich hierauf in die Ebene am Eingange des Gebirgs und wie Don Quixote mit seinem Geleiter herauszog, betrachtete ihn der Pfarrer eine lange Weile, machte dann Zeichen, als wenn er ihn erkenne, und nachdem er lange genug gezaudert hatte, ging er mit ausgestreckten Armen auf ihn zu und rief mit lauter Stimme, »Vielmals gegrüßt sei mir der Spiegel der Ritterschaft, mein wackerer Landsmann, Don Quixote von La Mancha, die Blume und der Ausbund des Edelmuts, die Hilfe und Stütze aller Hilfsbedürftigen, die Quintessenz der irrenden Ritter.« Mit diesen Worten umfaßte er den linken Schenkel des Don Quixote am Knie. Dieser, erstaunt über das, was er von diesem Manne sah und hörte, fing an, ihn mit großer Aufmerksamkeit zu betrachten, und endlich erkannte er ihn, blieb aber wie erstaunt, ihn zu sehen, und gab sich die größte Mühe, vom Pferde zu steigen. Doch der Pfarrer gab es nicht zu, worauf Don Quixote sprach, »Lasst mich, wertgeschätzter Herr Lizenziat, denn unbillig ist es, dass ich zu Pferde sei und eine so ehrwürdige Person wie ihr zu Fuße gehen müsse.« »Auf keine Weise werde ich dies zugeben,« sagte der Pfarrer, »bleibe mein durchlauchtiger Herr zu Pferde, denn zu Pferde ist es, wo dieselben die größten Tathandlungen und Abenteuer unternehmen, die in unserem Jahrhunderte gesehen worden. Was mich unwürdigen Priester betrifft, so ist es mir genügend, mich hinten auf das Maultier eines von diesen Herren zu begeben, die mit euch reisen, wenn diese es nicht übel deuten. Und dann werde ich es mir für eine solche Ehre schätzen, als ritte ich selber auf dem Pegasus, dem Zebra oder dem mächtigen Streitrosse, auf welchem der Moor Muzaraque geritten hat, der noch heutzutage auf dem großen Hügel Thulema, nicht weit vom großen Compluto, verzaubert liegt.« »Auf dieses gedachte ich nicht, Herr Lizenziat,« antwortete Don Quixote. »Ich weiß, dass es die erhabene Prinzessin um meinetwillen vergönnen wird und ihrem Stallmeister andeuten, dass er euch den Sitz im Sattel auf dem Maultiere einräumen möge, damit er sich hinten auf das Tier begebe, wenn es anders solches verträgt.« »Es wird sich vertragen, wie ich glaube,« antwortete die Prinzessin. »Auch weiß ich, dass es nicht nötig ist, meinem würdigen Stallmeister solches anzudeuten. Denn er ist zu höfisch und zu sehr Hofmann, als dass er zugeben sollte, dass ein Geistlicher zu Fuße gehe, wenn er zu Reiten Gelegenheit findet.« »So verhält es sich,« antwortete der Barbier, und zugleich stieg er ab und half dem Pfarrer, der sich nicht lange dazu nötigen ließ, in den Sattel. Es fügte sich aber unglücklicherweise, dass da der Barbier sich auf das Hinterteil des Maulesels setzen wollte, dieser, der ein Mietesel, das heißt schändlich war, die Hinterbeine ein wenig erhob und zweimal hoch in die Luft ausschlug, so dass, wenn er den Barbier auf Kopf oder Brust getroffen hätte, dieser gewiß das Ausreisen nach dem Don Quijote zum Teufel gewünscht haben würde. Bei alledem wurde er doch so in Schrecken gesetzt, dass er zur Erde fiel und dabei auf seinen Bart so wenig achten konnte, dass er diesen verlor. Und wie er sich in diesem Zustande sah, wußte er sich nicht anders zu helfen, als dass er sich mit beiden Händen das Gesicht bedeckte und laut jammerte, dass ihm die Kinnbacken zerschmettert wären. Als Don Quijote diese große Masse von Bart gewahrwart, die ohne Kinnbacken und Blut weit ab vom Gesicht des niedergestürzten Stallmeisters lag, rief er aus, »Bei Gott, dieses ist ein großes Wunder! Der Bart ist ihm vom Gesicht so rein herunter, als wenn man ihm solchen mit Fleiß abgenommen hätte!« Als der Pfarrer sah, welche Gefahr sein Anschlag lief, entdeckt zu werden, sprang er schnell nach dem Barte und ging mit ihm zu dem Meister Nikolas, der noch immer lag und klagte. Mit einem Wurfe drückte er sich den Kopf des Barbiers gegen die Brust, setzte ihm den Bart an, murmelte einige Worte darüber, wovon er sagte, dass es ein trefflicher Spruch sei, Bärte festzumachen, wie man gleich sehen würde, und als er den Bart festgemacht, ging er wieder fort, und der Stallmeister war so bärtig und so gesund wie nur zuvor gewesen, worüber sich Don Quijote über die Maßen verwunderte, und den Pfarrer bat, dass er ihn bei Gelegenheit diesen Spruch lehren möge, weil er meine, dass sich seine Kraft wohl noch weiter erstrecken müsse, als Bärte festzumachen. Denn es wäre ja deutlich, indem der Bart abgerissen, müsse auch die Haut mitgegangen und verletzt sein, und da alles wieder glücklich geheilt, müsse dies auch auf mehr als nur auf Bärte Einfluss haben. »So verhält es sich«, sagte der Pfarrer und versprach, ihn diesen Spruch bei erster Gelegenheit zu lehren. Es wurde ausgemacht, dass jetzt der Pfarrer aufsitzen sollte, nachher sich aber die drei nach gewissen Zwischenräumen ablösen möchten, bis sie die Schränke erreichten, die nur zwei Meilen entfernt war. Da nun die drei zu Pferde, nämlich Don Quijote, die Prinzessin und der Pfarrer, und drei zu Fuße, Cardenio, der Barbier und Sancho Panza, selb ander dahinzogen, sprach Don Quijote zur Jungfrau, »Führe, eure durchlauchtige Hoheit, mich nunmehr hin, wohin es ihr am besten gefällt.« Und noch ehe sie antwortete, sagte der Lizenziat, »Nach welchem Reiche will eure Hoheit? Vielleicht nach dem Mikomikonischen?« »Ja, so muß es sein, oder ich verstehe wenig von Königreichen.« Sie, die sich in alles zu schicken wußte, merkte wohl, dass sie es bejahen müsse, und antwortete, »Ja, mein Herr, nach diesem Königreiche ist mein Weg gerichtet.« »Wenn dem also ist«, sagte der Pfarrer, »so müssen wir gerade durch unseren Wohnort reisen. Von dort könnt ihr den Weg nach Cartagena nehmen, euch dort mit günstiger Gelegenheit einschiffen, und wenn ihr dann guten Wind und ruhige Fahrt habt, in ungefähr neun Jahren am Eingange des Kaspischen Meeres oder Kaspiser Sees sein, der nicht mehr über hundert Tagereisen von dem Reiche eurer Hoheit entfernt liegt.« »Ihr irrt hierin, mein werter Herr«, sagte sie, »denn es sind noch nicht zwei Jahre, seitdem ich abreiste, und ich habe in Wahrheit nicht immer gutes Wetter gehabt, und dennoch bin ich schon in der Gegenwart dessen, den ich so sehr zu sehen wünschte, nämlich des zu verehrenden Don Quijote von La Mancha, von dem mir das Gerücht sagte, so wie ich nur meinen Fuß auf spanischen Boden setzte, wodurch ich auch bewogen bin, ihn aufzusuchen, mich seinem Edelmute zu vertrauen und meine gerechte Sache der Tapferkeit seines unüberwindlichen Armes anheimzustellen.« »Nicht weiter, man unterlasse dergleichen Lobpreisungen«, unterbrach hier Don Quijote, »denn ich bin ein Feind jeglicher Schmeichelei, und obgleich dieses keine ist, so werden dennoch durch dergleichen Reden meine keuschen Ohren verletzt. Nur das, meine Gebieterin, versichere ich. Mag ich Tapferkeit besitzen oder nicht, so soll diejenige, die ich nur habe, immer in eurem Dienste bis zu meinem letzten Blutstropfen aufgewendet werden. Wir wollen dieses aber seiner Zeit überlassen, und ich bitte vielmehr den Herrn Lizenziaten, mir zu erzählen, was ihn in diese einsamen Gegenden geführt habe, so ohne Diener und so leicht gekleidet, dass ich mich billig darüber verwundern muss.« »Ich will mit wenigem darauf antworten«, sagte der Pfarrer. »Ihr müsst also wissen, mein gnädiger Herr Don Quijote, dass ich und Meister Nikolas, unser Freund und Barbier, nach Sevilla gingen, um eine Summe Geldes abzuholen, die mir ein Verwandter, der seit vielen Jahren in Indien lebt, geschickt hatte. Es war keine Kleinigkeit, denn es waren 2000 Taler, in gutem Silber, und das will schon etwas sagen. Wie wir nun gestern durch diese Gegend gingen, überfielen uns vier Straßenliebe, die uns rein bis auf die Bärte ausplünderten. Ja, dem Barbier ist es so übel bekommen, dass er sich jetzt wirklich genötigt sieht, einen falschen Bart zu tragen, und auch diesen jungen Menschen da, in dem er auf Cardenio zeigte, haben sie ganzartig zugerichtet. Was aber das Sonderbarste ist, so geht in diesen Gegenden ein Gerücht, dass diejenigen, die uns so geplündert haben, Ruderknechte sind, die ungefähr an demselben Orte ein Mann freigemacht haben soll, dessen Tapferkeit so groß gewesen, dass er trotz dem Kommissarius und den Wächtern sie allen abgewonnen. Dieser Mann muss ohne allen Zweifel von der Vernunft entblößt oder ein ebenso großer Schurke sein als sie selber, oder ein Mensch ohne Gefühl und Gewissen, weil er auf diese Weise den Wolf unter die Schafe sendet, den Fuchs unter die Hühner, die Fliege zum Honig. Er stört die Gerechtigkeit, widersetzt sich seinem Könige und Gebieter, denn er streitet gegen dessen gerechteste Gesetze, indem er dessen Galeeren ihre Füße entzieht, die heilige Brüderschaft in Aufruhr bringt, die seit manchem Jahre ruhen konnte, indem er endlich eine Tat begeht, wodurch er seiner Seele schadet, ohne seinem irdischen Körper zu nutzen. Sancho hatte dem Pfarrer und Barbier das Abenteuer mit den Ruderknechten erzählt, welches sein Herr mit seiner höchsten Glorie zustande gebracht hatte. Deshalb ergriff der Lizenziat diese Gelegenheit, dem Don Quixote den Text zu lesen, um zu sehen, was er tun oder sagen würde. Dieser aber wurde bei jedem Worte blasser und hatte nicht das Herz, es zu sagen, dass er der Befreier jener braven Leute gewesen sei. Diese also, schloß der Pfarrer, waren es, die uns beraubten, und Gott möge nach seiner Barmherzigkeit demjenigen verzeihen, der es verhinderte, dass sie zu ihrer verdienten Strafe abgeführt werden konnten.